Okay, der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, ihr Lieben. Wir sind jetzt nach einer längeren Zeit mit vielen technischen Problemen endlich live. Wir mussten ein bisschen unser Programm ändern, weil einige Brüder uns im Stich gelassen haben, aber das ist kein Problem, der Herr segne euch. Ja, wir versuchen jetzt so gut es geht, alles euch zu zeigen. Ich habe hier wieder den Bruder Sipi bei mir und wir werden durch die islamischen Quellen durchgehen und einiges an Sachen euch zeigen, die ihr noch nicht kanntet, die ich selber noch nicht kannte und ich bin sehr froh, dass er hier bei uns ist und uns das alles zeigt, denn ihr wisst ja, dass die verlogenen Imame und Scherfs uns das nicht zeigen und versuchen, alles zu vertuschen und zu verheimlichen. Alles, was den Islam schlecht aussehen lässt, wird natürlich unter den Teppich gekehrt und das geht überhaupt nicht klar. Deswegen bin ich hier, um die Sachen ans Tageslicht zu bringen und das werden wir auch tun. Und gestern Abend hatten wir einen sehr, sehr gesegneten Livestream mit einem neuen Bruder im Herrn, der sein Leben gestern dem Herrn Jesus Christus übergeben hat. Wir sind alle so glücklich, auch die Engel im Himmel, die sind sich am Freuen. Es war einfach nur jetzt ein Wunderschön. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann lasst uns beginnen. Ich werde wieder einiges hier mit Sipi durchgehen und werde auch vieles von seinem Buch, also versuchen zu zeigen und auch vorzulesen und dann zeigt er uns auch die ganzen Quellen, ob das stimmt oder nicht, weil ihr wisst ja, dass die Muslime immer sagen, der und der hat gesagt, dass es daiv ist und da ist jemand in der Kette, dem wir nicht vertrauen können und was weiß ich, dass es ein Lügner ist und ihr kennt dieses ganze Spielchen. Ja, und deswegen möchten wir da auch ein bisschen gegenwirken und den Muslimen mal zeigen, dass sie wirklich auf dem falschen Weg sind und sie hoffentlich durch diese Streams bewegen, dem Herrn Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen. Amen. Okay, Sipi, nice to have you here. Thank you. First, I want to say good evening and I pray to the Lord that we would have a good time together with the brother Amir and the brothers here. I don't know if you want to say my name or not. No problem, I can say that. You know, today we would like to hear from all of you and we are open actually for questions, especially from Muslims. And the topic we want to focus on Islam, not on anything else, because usually when we talk about Islam and Muslims, they try to go out of the topic. I will give the mic back to brother Amir and I'm not prepared today. So I am weak. You are weak. I'm very weak. So take advantage of me and take advantage of the weak. So what we will talk about. We will talk about a little bit of some topics in your book called Allah's Täuschung. The most popular in German because of this guy who made false claims that this book is from a corrupt guy and don't read it and so on. He made a lot of commercial for you. I want to say to him, thank you very much. He doesn't know what he's doing. You know, the funny, at least read the book. He did not buy the book. So how he knew the book is false? Because he's a Muslim. Did he buy the book? Did he show the book in his hand? So how he knew that this book? I challenged him to show the book in his hand at least and show people where it's false. He said, I don't have to read it. I know what is written in it. Ah, okay. I know what is written in it. He's God, you know. He is a super smart guy. He's God, he's God. He knows what is written in this book. I tried to find it about the sayings about women, what Muhammad says about women. Okay. Because the Muslims say in this narration are some false people. Now it becomes daif, but for the centuries it was okay, you know. All right. Because the Muslims see the filth and they say, oh, we have to say this is daif. This is the hayat you are talking about. It's about that women, they should not be taught how to read. Also, es geht in dem Thema, was wir jetzt gerade besprechen, um die Sache, wo Aisha gesagt hat, bringt den Frauen nicht das Lesen und das Schreiben bei. Right. Ja, viele haben sich darüber aufgeregt, haben gesagt, oh, das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Und hör auf, Lügen zu verbreiten. Jetzt schauen wir mal, ob das eine Lüge ist oder nicht. You know, those Hadiths, they were there for centuries and nobody said they are weak. Also, dieser Hadith ist da über Jahrhunderte und niemand hat gesagt, dass der schwach wäre. In front of us, if you can flip the screen. Okay, ich drehe jetzt die Kamera um, sodass ihr sehen könnt. This is islamport.com. This is a very islamic website. I have nothing to do with it, just for the info of the Muslims, so they will not say we are making things up. The name of the book, Al-Fatah wal-Haditha liibni Hajjur al-Haythami. Also, die Internetseite, es wäre eine sehr, sehr akkurate Seite und die ist von Muslimen bereitgestellt worden. The new Fatwa, the name of the book, the new Fatwa. Also, der Buchnam ist die neue Fatwa von Ibn Hajjur al-Haythami. All right. And Al-Muallif, the author of the book, his name, Ahmad Shihabuddin. Und dieser Schreiber des Buches ist Ahmad bin Hajjur al-Haythami al-Makki. Also, das ist sein Sohn. Also, wenn wir jetzt hier runtergehen, ist das der Name des Kapitels. Also, der Kapitelname heißt, es ist nicht, also, it's hateful. Also, es wird gehasst im Islam, dass eine Frau etwas lernt. Also, es wird nicht gemocht, dass eine Frau etwas lernt. Also, wenn man einer Frau lesen und schreiben beibringt. Also, er wurde gefragt, möge Allah ihn segnen. What is the Sharia law order? Was ist das Gesetz Allah's? Regarding women, teaching women how to write. Frauen lesen und schreiben beibringen. He said. Er sagt. And they are asking him, is that sahih? Also, die Fragen, denn über diese Geschichte, ist das korrekt? Or it is daif? Oder ist es schwach? He said. Er sagt. It is sahih. Es ist authentisch. And he reported that Al-Hakim. Und er überliefert, dass von Al-Hakim. Was the one who narrated. War derjenige, der das überbracht hat. And it was approved by Al-Bayhaqi. Und es wurde von Al-Bayhaqi bestätigt. Reported from Aisha, peace upon her. Wurde von Aisha überliefert. Friede sei mit ihr. That she narrated from the Prophet. That sie vom Propheten hörte. That he said. Don't make them live in rooms, which means don't give them, like, let them live in nice houses. Also, lass sie nicht in so schönen Häusern leben. And don't teach them how to read. Und lass, und bringt ihnen bloß nicht bei, how to write. Bloß nicht bei, zu schreiben. Which means how to read and write. Also, nicht lesen und schreiben beizuringen. Und sie meint damit die Frauen. Und sie meint damit die Frauen. Und ihr sollt ihr beibringen, wie man, äh, ja so näht, quasi. And one chapter of the Quran is a chapter of Al-Nur. Also, ein Kapitel des Korans ist Al-Nur. Also, wenn wir den Rest jetzt lesen, wird dort sehr viele Gelehrte genannt, die das wirklich bestätigen und auch akzeptieren. Also, hier ist es von Al-Tirmidhi überliefert und Ibn Mas'ud. May Allah bless him that the Prophet said. Der möge Allah ihnen segnen. Es wurde gesagt. Don't make women live in rooms. Lässt Frauen nicht in Zimmern. And don't teach them writing. Und bringt ihnen nicht das Schreiben bei. And it's reported again by Al-Tirmidhi from Al-Hakim and Ibn Mas'ud. Und wieder heißt es, dass es von dem und dem überliefert worden ist. Und möge Allah sie segnen, dass der Prophet sagte. Dass Luqman. Luqman supposed to be a wise man in the Quran. There's a chapter about Luqman. Also, es gibt sogar ein Kapitel im Koran, dass dieser Typ, Luqman, sehr wichtig ist. He passed by a woman slave. What? He passed by a woman. Also, er ist an einer Frau vorbeigegangen. Wer glaubt daran, dass dieses Schwert so scharf ist, zu schlachten, okay. Und was der Prophet meinte. That this is something he don't want about women to see women learning how to read and write. Also, der Prophet möchte nicht sehen, dass irgendwelche Frauen lesen und schreiben. And he said here, and he meant, that if the women she learned how to write and read. Und wenn er sieht, dass Frauen lesen oder schreiben. That will cause her to lead into bad and like a facida, which means like sin. Also, dann ist es so, als würde sie sündigen. And the whole page here is explaining why the prophet said that. And then if we go there, we go down a little bit. Also, wenn wir jetzt weiter runter gehen. That Abu Huraira, he said. Sagt. That son have the right over his father. Der Sohn hat das Recht über sein. Ne, the son has the right over the father. Yeah, to teach him how to write. Or the father has the right over the son. No, the son has the right over the father, which means the son, his father should teach him. The son, every son have the right to ask his father to teach him. Also, jeder Sohn hat das Recht, seinen Vater zu fragen. And he meant by that writing. What? And he meant by that, teach him writing. Das Lesen und Schreiben beizurden. And to give him a good name and give him a wife. Und dass er eine gute Frau bekommt. When he is in the age of marriage. Wenn sie in einem Heiratsalter angelangt ist. And he said, this is all only as a license for the male member. Und dies wird nur einem Mann gestattet. And I know that forbidden women from learning the writing. Und Frauen zu verbieten, zu schreiben. Does not forbid them from being able to learn the Quran and any knowledge about being behaved. Also soll ihnen nicht verwehrt sein, den Quran dennoch zu lernen. For this is for the benefit of women. Also, das ist nur den Frauen gestattet. So, all the pages in front of us, and this is a very, the names we mentioned here are very powerful names. Also, all the names, die genannt worden sind, sind sehr, sehr kraftvolle Namen im Islam. All those names agree that this is a true Hadith and it's correct. Also, alle sind damit einverstanden, dass dieser Hadith Sahih ist, also korrekt. So, what is the problem with the other scholars who said they didn't agree with it? Also, welcher wahnsinnige Gelehrte kommt daher und sagt, dass das nicht Sahih wäre oder da in der Überlieferungskette jemand wäre, der unauthentisch wäre? Also, die Antwort ist sehr simpel. Also, in den alten Tagen, damaligen Tagen, hat es niemanden interessiert. Also, und in der heutigen Zeit sehen die Muslime und merken, was eigentlich in ihren Schriften vorhanden ist, also nämlich der letzte Dreck. Und wenn Muslime versuchen, Frauen in diese Religion zu konvertieren, und sie würden ja niemals akzeptieren, wenn sie sowas lesen würden. Also, sie fabrizieren irgendwas, nicht diese Hadith. Und wenn ihr nicht damit einverstanden seid, was Aisha ist, der hier überliefert, der Koran sagt folgendes. If we go to chapter 2, verse number 282. Wenn wir zu Kapitel 2, Vers 282. Yes, and I will open the German translation. Und er öffnet jetzt die deutsche Übersetzung. It says that in case of borrowing money, you have... Verse 281 or 282? 282, sorry. Yeah, 282. Okay, Surat al-Bakara, die Surat 2, Vers 282, für die, die das jetzt auch in ihrem Koran nachlesen wollen. It says, and you know, I will let you read the translation in German. Here. It should... I don't know, like, I don't speak German, as you know. So tell me where it says that if there is... If you are going to borrow money, you need at least two witnesses. For a woman? Yeah, two witnesses as men. But if there is no enough witnesses as men, it can be one man and two women. Ah, hier. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein. Mit denen als Zeugen jetzt... Hier. When it does not... Wenn es keine zwei Männer sind. When it does not... Two men. Yeah. When it not two men, then it should be one man and two women. And two women. Two women. Yeah. All Muslim scholars, and I challenge all the Muslims. Also er fordert euch Muslime heraus. Agree. Also die Gelehrten sind damit einverstanden. That women are allowed to be witnesses only in this case. Also Frauen dürfen Zeugen sein, aber nur in diesem Fall. Which means they are not even allowed to witness for a murder. Also sie dürfen noch nicht mal Zeuge eines Mordes sein. And here it has to have at least one man. Which means if we have four women witnessing for this borrowing money, still is not accepted. Also wenn vier Frauen das versuchen zu bezeugen, dann wird das nicht akzeptiert. Es muss mindestens sogar ein Mann dabei sein. So what is the purpose of this? The Quran is a plan. So if one of them forgot, the other one will remind her. Also der Grund dafür ist, dass eine Frau, der anderen Frau das quasi, sie daran erinnert. Weil sie es vergisst. Why the other one will remind her? Because the Quran teaches that women are stupid. Warum ist das so? Weil der Quran sagt, dass Frauen dumm sind. And this is the purpose of not teaching women writing or reading. Because they are stupid. And if they learn, they will not be stupid no more. Also am besten wäre es natürlich, wenn sie lernen würden, dann wären sie ja nicht mehr dumm. So we need to keep them as stupid as they are. Otherwise they will ask for more rights. Also müssen wir die Muslimen als dumm halten, sonst fragen sie nach mehr Rechten. Also einige Muslime sagen, das ist nicht das, was der Quran wirklich sagt. Also Mohammed selber erklärt diesen Vers. Wir gehen zum Hadith. Und hier sagt uns Mohammed, was er genau meint in dem Kapitel. Also in allen diesen Hadithen, die er gerade zeigt, spricht Mohammed davon, dass die Frauen nur ein halbes Gehirn haben, also einen Mangel an Intelligenz haben. Und sie gehen alle zur Hölle, also so gut wie alle. Also wir gehen erstmal zu Sahih Muslim, also Sahih bedeutet korrekt, authentisch. And here we go down to the end, as you see, this is a Sahih Hadith. Ja, also hier, wenn wir runtergehen, ist die Referenz natürlich Sahih Muslim, da kann kein Muslim etwas sagen. If we read here together, you will see that Mohammed declaims that most of women, they will go to hell. Und hier in dem Hadith heißt es, dass die meisten Frauen zur Hölle fahren. Mohammed, he said, oh women folk, oh ihr Frauen, you should give charity and ask much forgiveness for I saw, most amongst you is going to be the inhabitants of hellfire. Also ihr solltet nach Vergebung fragen, denn er hat die Frauen in der Hölle, also die meisten Frauen sind in der Hölle. Er hat die in der Hölle gesehen. A wise woman among the women, also eine weise Frau unter ihnen, sagte, She said, why is that messenger, which means why we will go to hell. Warum werden wir denn zur Hölle fahren, messenger of Allah, also gesandter Allahs. Upon this the prophet observed and he said, Also der Prophet sagte dann, You curse too much and are any grateful to your spouse. Also ihr flucht sehr viel und ungrateful, ich weiß nicht. Das weiß ich auch nicht, wo es kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall, die Frauen sind sehr viel am fluchen und der Bruder, der guckt gerade, was hier dieses ungrateful ist. I have seen none lacking in common sense and failing in religion. Which means Mohammed here is saying women. It is here translated. Please wait. Wait, I try to find the Hadith, because here is it, here the brother, here. Also ich lese den Hadith mal jetzt vor. Allahs gesandter sprach, Ich hielt am Eingangstor des Paradises an und ich sah, dass die allergrößte Mehrheit, die da durchgelassen wurden, die Armen waren und die Reichen, davon abgehalten wurden. Ah, das ist ein anderer Hadith. Aber it is the same meaning, ne? Same meaning, because the hate report is made by many places. Ja. Also der Mohammed sagt hier, dass die Frauen an Mangel von Intelligenz leiden und sehr, sehr oft am Fluchen sind und sich nicht passend benehmen, so in etwa. So, if you read with me here, everybody can stop the Hadith, actually, we can post it for them. It says that women, they have lack of wisdom and knowledge and they are not wise, which means they are stupid. And the woman here, she said, what is wrong with our common sense? Common sense means intelligence. Ah ja, genau. Also die Frau fragt ihn dann, was ist denn mit unserer Intelligenz denn los oder mit unserem Verstand? And what is wrong with our religion? Und was ist denn, warum sind wir denn jetzt nicht so religiös? And here he is saying that women, they don't, they have a problem with the religion because obviously they are stupid. Also die Mohammed sagte, dass die Frauen ein Problem mit Religion haben und die sind eigentlich dumm. The prophet, he said, Der Prophet sagt, Your lack of common sense The lack of common sense? which means the stupidity of your stupidity, the proof of it, can be will judged from the fact, can be will judged, which means it can be proven from the fact and the evidence that two women is equal to one man. Also hier sehen wir ja, dass Mohammed sagt, dass Frauen so dumm sind, dass die Aussagen, zwei Frauen gleich zu werden sind, wie mit einem Mann. Also der Mann ist immer schlauer als die Frau. Is a proof of the lack of common sense? Yes, I told them. Because Mohammed said, because of the stupidity. Right. So what Mohammed here is confirming, the Quran and the Quran confirming Mohammed. Genau, also der Mohammed zitiert gerade den Koran und der Koran zitiert Mohammed. And both of them confirm one thing, that Islam consider women are stupid. Und beide sagen, dass Frauen dumm sind. And you know, here in the actually, in the Hadith, the Muslim translation try to make it look nicer. Und hier in der muslimischen Übersetzung versuchen sie es ein bisschen zu verschönern. If we go down and read the same Hadith with different reference and different translation, Wenn wir den gleichen Hadith lesen, aber mit einer verschiedenen, von einem verschiedenen anderen Überlieferer und alles, we will see that Mohammed say clearly that women are stupid using clear words as stupid. Also wird hier übersetzt, dass Mohammed genau solche Wörter benutzt, dass die Frauen einfach nur dumm sind. All those Hadith in front of us is saying the same, that women, they have lack of intelligence and they are stupid. But I want to show you a clear translation. Here we go. Of the deficiency of our intelligence. So read with me carefully. This is the Muslim translation. Remember, I'm not translating. You see, I do not need a translator. I'm using the Muslim translation for a very simple reason to prove to you that we are not fabricating translation. Also er benutzt die muslimischen Seiten und die muslimischen Übersetzungen, dass er sieht, dass er das nicht einfach fabriziert oder stellt. Mohammed said, I have not seen anyone. Also Mohammed sagt, ich habe noch nie jemanden gesehen. And he's speaking about anyone as women. Also er meint damit jegliche Frau. More deficient in religion. Deficient in intelligence. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der Mangel in Intelligenz und Religion hatte als ihr. Than you. Than you as du. Right. So, and here continue he's saying, and this is why the man is sensible, which means he is smart, but the women, they are stupid. The women ask, oh Allah Messenger, what is our deficiency in intelligence? She's the woman, she's asking, why we are stupid? Also die Frauen fragen, warum sind wir denn so dumm? In intelligence and in religion. Seitens der Intelligenz und der Religion. He said, isn't it not the evidence of two men, women equal to one man, to a witness of one man? Und Mohammed sagt, ist denn nicht die Zeugenaussage von zwei Frauen gleich zu werden mit eines Mannes? He said, the women, she answered yes. Und die Frauen sagten, he said, this is your deficiency in intelligence. Also die Frauen sagten ja und dann sagte der ja, das ist wegen der Mangel an Intelligenz, die ihr habt. And Mohammed continue to explain deficiency in religion. He said, isn't it true that women can neither pray nor fast during her menses, which means menstruation, the women, she said, affirmative, which means she agreed. He said, this is deficiency in her religion. Now, look how stupid this answer is. Women, they are deficient in intelligence. Also guck mal, wie dumm diese Antwort ist. sie haben Mangel in der Religion. So I'm going to teach women, let us say, the Hadith about teaching women writing is false. Also nehmen wir mal an, die Hadith mit dem Frauen schreiben beizubringen ist falsch. But when you say that women they have deficiency in intelligence, you are saying women are stupid. When Mohammed he say women they have deficiency in intelligence. Also wenn Mohammed sagt, die haben einen Mangel in der Intelligenz. how you can teach stupid one anything. Wie kannst du dann dummen Leuten überhaupt irgendwas erklären? And this is why women, they should not be taught how to write, how to read. A man? This is why women should not be taught. Also, deswegen wird Frauen nicht beigebracht zu lesen und zu schreiben. Because Islam consider them stupid. Also, weil der Islam die Frauen als dumm ansieht. So what they will do with writing and reading, they are stupid. Also, was wollen die dann mit lesen und schreiben? Die sind sowieso dumm. Now, are the Muslims willing to teach their children in their school that women have deficiency in their intelligence as Mohammed said? Und der Sipi fragt euch, würdet ihr euren Frauen sowas in den Schulen beibringen, dass ihr einen Mangel an Intelligenz habt und einfach nur dumm seid? When Muslims in the West speak to women, they will never mention that Islam believes in such a thing. wenn die Muslime hier im Westen, also gerade in Europa, versuchen, anderen Muslimen irgendwas beizubringen, würden die dann so ein Hadith dann auch denen zeigen? In fact, the Hadith here proved to us that the one who have deficiency in intelligence is Mohammed. Und hier der Hadith beweist uns, dass derjenige, der Mangel an intelligence hat, also der Mangel an Intelligenz hat, ist Mohammed. Not the women. Nicht die Frauen. And I will explain why. Und er erklärt jetzt warum. he reclaimed that women, most of them, they will go to hell and he is asking them to give money and charity. Also der Mohammed sagt, dass die meisten Frauen zur Hölle fahren und die sollen charities mehr spenden. So he can take it to his pocket. Also kann er es in seine Tasche rein tun. And he claimed that they will go to hell because they have deficiency in intelligence. Und der sagte, dass sie zur Hölle fahren, weil sie Mangel an Intelligenz und in der Religion haben. And because they have a period. Und weil sie hier Perioden haben, also Menstruation. How stupid to say to someone because you are stupid you will go to hell. If God he made women stupid, what is their fault? Ja, wie dumm ist denn die Aussage zu behaupten, dass jemand dumm ist, obwohl Gott God is the one who created women. Also Gott hat doch die Frauen erschaffen. So if God he made them stupid Also wenn Gott dich schon behindert gemacht hat, also dumm gemacht hat. And this is why two women are equal to one man. Und das bedeutet, dass zwei Frauen dann gleich einem Mann sind. So what is the fault of the women to go to hell? Was ist dann, warum geht dann eine Frau denn zur Hölle? And then Mohammed proved to us again that he is more stupid by saying that because of your men says, because you have a period you will go to hell. Also die können ja nicht dafür, dass sie ihre Tage bekommen oder dings. Warum sollen die denn zur Hölle fahren? Because she cannot fast neither pray when she have her period. Ja, also sie kann doch gar nicht beten und auch nicht fasten weil sie hat das nur mal von Gott so in ihre Körper reingelegt bekommen. But isn't it Allah who made for her insist? Ja, Allah hat doch das für sie gemacht. So who is the one who has deficiency here? Also wer hat hier Mangel an Intelligenz? The Hadith prove here that Muslim men are stupid not Muslim women. Also der Hadith beweist, dass eigentlich die Muslimischen Männer dumm sind und nicht die Frauen. And the most stupid one as we see here is Muhammad who is giving us this information. If we say there is a person he is crazy in the street we see someone as crazy Totally crazy not only stupid If God is justice why he will send him to hell he is crazy It's not his fault It's not his fault And if I am stupid it's not my fault because God is the one God he made a man smart according to Muhammad and God made the woman stupid according to Muhammad Also laut Muhammad ist eine Frau dumm aber ein Mann voll intelligent So what kind of an excuse or reasoning Muhammad is coming with unless he is really stupid What? So what kind of excuse and reasoning Also was für eine Entschuldigung oder Ausrede Muhammad providing Bringt Muhammad rüber Providing Bringt bei Unless Muhammad himself is stupid Because This is not the fault of the woman Same time we know that there is some women maybe they are not smart but there is some men they are not smart too Vielleicht gibt es einige Männer die nicht schlau sind und es gibt auch eine Frauen die nicht schlau sind God He said Our Lord He said You will not enter heaven unless you are the same as those children Also ihr werdet das Himmelreich nicht sehen wenn ihr nicht genauso seid wie die Kinder Also Kinder sind ja eigentlich vom Gedanken her sehr sehr dumm Ja einfach gestrickt Also wenn ich genauso wie ein Kind bin dann kann ich doch zu Himmel fahren Also genau der Jesus bringt uns genau das Gegenteil bei Du musst genauso wie ein Kind sein Und zur selben Zeit bringt uns der Islam bei Dass Frauen Also sie wird hier nicht als erwachsene Person verglichen Und sie darf auch gar nicht Zeuge im Gericht sein Weil sie ist doof und sie ist wie ein Kind Das ist why in der Koran we see the Koran saying that a man he can beat his wife because the Muslim explain why because women are not mature The Koran says that man he beat women because simply they are not capable of making their own decisions and they are stupid so in order to fix and to teach the women what is right we 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 beat them and we discouraged them and that supposedly because the man is smart and women are stupid and this is the proof from the Quran again the chapter 4 verse number 34 let us go to the German translation here the men are the men in verantwortung for the women because the women the one of them for the other out and because they from their besitze for them out and they Aber eine ungebildete Frau würde das akzeptieren und würde die Schläge und alles dann halt in Kauf nehmen. Und darum geht es eigentlich, die Frauen schön klein zu halten, dass sie nicht zur Schule gehen und bloß nur zu Hause bleiben und ihren Mund halten. Also wir können sie wie Tiere behandeln, sie schlagen und mit Null von Respekt. Also jetzt kommt er und sagt, ich höre schon die Gedanken einiger Muslime und die sagen, man darf die Frau nicht hart schlagen. Das ist absolut falsch und das wird jetzt durch diesen Hadith bestätigt. Also wie dieser Vers überhaupt zu Mohammed kam mit so 434 können wir in diesem Hadith sehen. Und das ist ein korrekter Hadith aus Al-Bukhari. Ja, da ist die Referenz für jeden, der das nachschlagen möchte. Also hier wird gesagt, dass eine Frau zu Mohammed kommt und sie kam zu Aisha eigentlich und diese Frau hat grüne Kleidung angehabt. Und sie zeigte Aisha einen grünen Fleck auf der Haut wegen der Schläge. Also ihr könnt dann selber den Hadith lesen. Also der Mohammed hat sogar noch den Typen, der sie geschlagen hat, ja quasi unterstützt. Also der Mohammed hat nicht gesagt, warum hast du ihre Haut zu grün gemacht. Und also, was ist die Moral der Geschichte? Mohammed hat sogar noch den Mann quasi noch gelobt in dem Falle. Und was die Geschichte noch hässlicher aussehen lässt, Aisha sagt, also bezeugt das folgende. Ich habe noch nie in meinem Leben mehr Frauen leiden sehen, wie die gläubigen Frauen. Also muslimische Frauen sind wirklich sehr unglücklich und sie sind sehr am leiden. Und der Sibi fordert die Muslime heraus zu sagen, dass Aisha eine dumme Frau ist, die sowas hier überliefert. Did Aisha lie when she said a believing woman which means a Muslim woman? Ja, hat Aisha gelogen, dass es eine gläubige Frau ist? Is the most suffering woman? Das ist die gläubige Frau ist, die mehr am Leiden ist? And for sure she is comparing her to people who don't believe in Islam. Und sie vergleicht das mit den Frauen, die nicht zum Islam gehören. And Aisha, she said to Mohammed, look, her skin is a greener. Mohammed, schau, ihre Haut ist grüner als ihre Klamotten. So, and then Mohammed, you can read the rest of the story. And then you can read the rest of the story. He will find that the man he did beat his wife because she don't want to sleep with him. Also, warum der Typ sie geschlagen hat, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. And Mohammed, he said to her, taking the side of the man. Also, er hat zum Typen gehalten. That you should know that if your intention to go back to your previous husband, you should know that it's unlawful for you to go and sleep with Rifah, which means the ex-husband, unless you have sexual intercourse with this man. So, Mohammed here is defending the man who is trying to rape this woman. Also, Mohammed versucht hier diesen Typen zu verteidigen, der scheinbar diese Frau am Vergewaltigen ist. Who did beat this woman into her skin became a greener than her face. And supporting this man and he gave him a verse saying, women are under the command of men and men can beat them. Und unterstütze quasi den Mann, dass er unter der Leitung der Frauen, ja, also dass der Mann die volle Autorität über der Frau hat. If women in Islam, they don't even have the right of sleeping with a man or not. If women, if women, because, you know, because here he is forcing her to sleep with a man. Also, der Mohammed, she don't want, so what if he is her husband, she don't want to have sex. Also, sie will ja nicht Sex haben mit diesem Typen. This is a rape. Also, hier sehen wir ganz klar sogar noch Vergewaltigung raus. Because when you use a violence with women to force her to go to bed, even if she is your wife, this is a rape. Ja, also wenn sie hier so gewaltsam zu etwas zwingst und dann noch diese Prügeln dazu, das Ganze noch ja, antreiben, die Geschichte, das ist sehr nach Vergewaltigung aussieht. As you see in the whole story, nowhere Mohammed, he questioned the man, why he did beat her. Mohammed, nowhere in the story, he asked him, why you did beat her. Also, Mohammed hat den Typen nicht mal gefragt, warum hast du die geschlagen? Why he did not say to him, okay, why you did not, why she have a green skin? Warum hat der Mohammed nicht zu ihm gesagt, warum hat sie den grünen Stellen an der Haut? Which means, obviously, Mohammed is not bothered by the news that she was. All what he cared for, he told the woman, you should sleep with him, you cannot do that. Also, die Frau sagt, du musst mit ihm schlafen, du darfst sowas nicht tun. So now, Mohammed took the side of the man forcing the woman to take off her clothes, being raped by a man who has just beaten her until her skin began to agree. Ja, also Mohammed sagt damit ganz klar, dass die Frau sich dem Mann hingeben soll und das Vergewaltigen aushalten muss und alles Mögliche. And here the story exposed to us another stupid thing in Islam, which is, if a woman been divorced by a husband, translate, and in der Geschichte, in einer noch anderen Geschichte zeigt uns das Urwort, if a woman she is divorced by a husband, also, wenn eine Frau dreimal von ihrem Mann geschieden ist, sie kann nicht wieder zurück zu ihm gehen, unless she marry a new husband, bis sie einen neuen Mann heiratet, and this husband and this husband sleep with her, have intercourse, muss mit ihr schlafen. What kind of religion teach such a thing? Was für eine Religion bringt sowas bei? Read it me carefully, please, chapter 2, verse number 230. And this is the German translation. And this is the German translation. Read it, please. Wenn er sich ein drittes, unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden zueinander zurückzukehren. wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Ja, okay. So, the Quran teaches that women is the same as a property. We can move her from a man to a man. imagine you have a daughter and her husband divorced her three times. And now she wants to go back to her husband who divorced her. And now she wants to go back to her husband who divorced her. Maybe because she loves him, maybe because she loves him, maybe because she has children from him. Maybe because she has children from him. So now she cannot do that unless she goes and finds a new Abdul. And this is why in many Islamic countries there is Abdul who do this as a business. There is many movies made in the Middle East like in Egypt that there is offices where the office provides you a guy to marry your wife which means a woman you divorce. He marry her but he promised he will not sleep with her. Okay. But however this is not allowed in Islam the man who marry this woman in order for her to go back to the husband he have to have sex with her and this is what the story is saying. Also hier heißt es, dass in dieser Geschichte also im Koran steht es ja eindeutig, dass erstmal die Frau die sich von ihrem Mann geschieden hat lassen muss erstmal einen anderen heilhalten mit ihm schlafen dass sie überhaupt wieder zurück zu ihm gehen kann. Wie wahnsinnig ist das bitte? Sag mal bitte. And even Mohammed he made it more ugly he made it more ugly and more dirty by seeing the following. Leute ey, das kann nicht wahr sein. Ehrlich. Look what Mohammed he said. Ich drehe wieder die Kamera rum dass sie das sieht. Oh, it is for some reason it's not coming. Alright, let's see. Mohammed he made it clear also Mohammed sagt dir ganz klar that a woman she cannot get back to her husband unless she tastes his juice and he tastes her juice. And sorry this is dirty talk but this is Islam you know this is Sunan al-Nisa'i the book of divorce and this is the story and this is from Sunan al-Nisa'i the book the Scheidung however if they don't like Sunan al-Nisa'i we can show it from Ibn Dawood also wenn du nicht Sunan al-Nisa'i magst dann können wir das von Abi Dawood zeigen here Mohammed he said and this is the Muslim translation which is false translation and this is the muslimische Besetzung was natürlich falsch ist also die Frau kann nicht wieder zurück zu ihrem Mann der sich von ihr geschieden hat bis sie ihr Honig genossen hat und er ihr Honig genossen hat also beide müssen voneinander ja es handelt sich um Sex also frag dich mal was ist denn der Honig des Mannes und der Honig der Frau if you don't like Abu Dawood we go to Ibn Majah also wenn du nicht Abu Dawood magst dann gehen wir mal zu Ibn Majah they asked the Prophet if a woman she is divorced can she go back to her previous husband also die haben den Propheten gefragt ist es erlaubt dass eine Frau wieder zurück zu ihrem Ehemann gehen darf obwohl sie sich von ihm geschieden hat lassen sie kann nicht zurück zu ihrem ersten Mann until she tastes until the new man tastes her sweetness which means taste her juice also der neue Mann muss erstmal ihr Wahnsinn ihr Saft kosten if you don't like Sunat Ibn Majah we can go to Muwatta Malik wenn du nicht Sunat Ibn Majah magst dann können wir auch zu Muwattas Malik gehen und hier Ibn Malik he says she is not halal for you until she had tasted the sweetness of intercourse hier geht es direkt zur Sache und sie kann nicht wieder zurück ehe der neue Mann also diese Schönheit der sexuellen Geschlechtsverkehr genossen hat und in Arabisch heißt das was er gerade gesagt hat Asila is exactly the orgasm und Asila ist exakt orgasmus because this is supposedly what is the honey of the intercourse und das beschreibt auch der Honig des Geschlechtsverkehrs so he have to taste her orgasm and she have to taste his orgasm also der Mann muss den orgasmus der Frau quasi oh mein Gott was hat dir da wenn dir Malik nicht gefällt dann gehen wir mal rüber zu Jami at-Tirmidhi look like I lost connection to the mouse put it on no no it's not connecting let's see hold on see the devil keep keep trying in his best Muslime ist das zu fassen oder ist das zu fassen das ist der absolute Wahnsinn seht ihr jetzt ich bin Gott so dankbar dass er wenigstens uns das alles zeigt auch euch zeigt so weißt du was ich meine versteht ihr jetzt was hier los ist in euren Quellen weil ihr geht doch sowieso davon aus dass die Bibel verfälscht ist und was sonst und guckt ihr das an was sich in den islamischen Quellen befindet ich sag dir mit eurem Verhalten spottet ihr Gott aber ich sag euch Gott lässt sich nicht spotten ihr versteht dass er sich verkleidet als ein Engel des Lichts und ihr müsst da schleunigst rausfinden ich sage es euch wenn ihr ich sage es immer wieder und ich werde es auch immer wieder wiederholen auch in meinen Videos in jedem meiner Videos wenn ihr mit dieser Religion in den Tod geht so wird so werdet ihr für eure Sünden alle bezahlen müssen und das wird schlimm werden wenn ihr diesen Ort seht an dem ihr hingeht deswegen machen wir das hier alles damit ihr das seht weil diese Gelehrten zeigen uns das ja nicht weil wir sollen ja nicht Zweifel am Islam haben wir sollen schön dumm gehalten werden und alles glauben nein das geht nicht also wenn ein Muslim kommt und sagt das ist alles daif steht hier der Grad es ist sahih also korrekt by the way the Hadith which is daif is even still accepted in Islam also selbst Hadithe die daif sind sind auch akzeptiert in Islam you can search in Google on YouTube for Sheikh Hamza ihr könnt in Google oder in YouTube nach Sheikh Hamza googeln oder suchen unter dem Titel daif daif hadith daif hadith und ihr werdet sehen dass er ganz klar sagt und er zitiert ihn also daif also wird nicht abgelehnt also es ist bestanden es ist okay also wenn so wenn sogar ein Muslim sagt dass dieser Hadith daif ist um ihn abzulehnen nein das geht so nicht dieser Hadith wird anerkannt und selbst hier sehen wir dass es nicht daif ist sondern sahih also er möchte jetzt den intelligenten Mohammed und die schlauen Muslime was ist der was ist die Weisheit dahinter wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und erst mal mit einem neuen Mann schlafen muss um wieder zurückzukehren also wenn against divorce also wenn der Islam gegen die Scheidung wäre warum macht der Islam dann so die Scheidung so einfach es ist sehr einfach für einen Mann zu sagen also ein Wort zu sagen dass die Scheidung sofort durch ist und wenn ein Mann seine Frau dreimal scheidet und sie geht um einen neuen Mann zu heiraten und dann kommt sie wieder zurück um ihn zu heiraten dann kann er sie wieder dreimal scheiden so was ist die Lösung für das was ist der Grund also was ist die was ist überhaupt der Sinn der total sinnfrei und die Muslim ist sagen das ist um den Mann wie zu behalten so er will nicht wieder so er wird nicht verbrechen weil es wird für ihn dass seine Frau mit einem neuen Mann das ist was sie sagen aber der 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 schlaut ist die Frau anyway dass er nach einer Zeit dass diese Frau nach einer Zeit zurück zu ihrem Mann kann warum zwingt er sie quasi einen neuen Mann zu heiraten und dass der Mann erstmal schön mit ihr schlafen muss um das schön diese Genuss zu haben und dass sie wieder zurückkehren kann was ist das für ein Sinn dahinter? as long the man is the one who divorced solange der Mann sich scheiden lässt the man is the one who divorced the wife so he should be the one who punished not the woman also sollte der Mann bestraft werden und nicht die Frau also wenn ich ein schlauer Prophet wäre oder ein falscher Prophet so next time you will not do it so next time you will not do it ja dann hat er gesagt dass er nach drei Jahren wieder zu ihr zurückkehren kann you know what I mean so leave you the right to divorce the man is the one in control he is the one who says you are divorced yes okay this is his decision also es ist die Entscheidung des Mannes and if the purpose that the man he cannot have her again after three times unless she sleeps with a new husband if this is the purpose or this is the reason then what about I say to him if you divorce your wife three times you cannot marry any women for three years then men they will behave they will not divorce their wife easy ja also wenn das dann so der Fall wäre dann würden die Männer ihre Frauen nicht so einscheiden lassen ja also der Islam behandelt die Frauen auch hier wie Dreck und sie wird wie eine Hure weitergereicht and women obviously in Islam is nothing but a sex toy and can be moved from a hand to hand whoever wanna grab her und eine Frau im Islam ist wie ein Sexspielzeug sie wird von Mann zu Mann gereicht divorce is so easy marriage is so easy Scheidung ist so einfach heirat ist so einfach and actually marriage in Islam have no value because when you are approved to have four wives this is not a marriage this is sex party ja also der Koran sagt ja selber dass man vier Frauen haben darf das ist ja wie eine Sexparty dann and this is a sex agreement das ist ein sexuelles Arrangement so hat jemand Fragen von euch möchte jemand Fragen stellen also wenn ihr anrufen wollt dann könnt ihr auf seinem Skype Account anrufen sein Skype Account ist Debate TV yes I will open my Skype so people they can call also er öffnet jetzt gleich sein Skype und dann könnt ihr gerne anrufen und wir können gerne über einige Sachen diskutieren if you can switch here to this page Hamir and I will log into my this is an Islamic webpage switch please to the screen okay ich drehe wieder um er will was zeigen in this page the Muslims they explain what the word Nikah means the Muslims they keep lying to us they say Nikah means marriage also in dieser Webseite sehen wir das Muslime das Wort Nikah erklären weil es gibt Muslime die über Nikah das Wort Nikah lügen this is al-islam.org website das ist hier al-islam.org and this is a sunni website und das ist eine sunnitische Website not shiitisch read and translate it please also ich soll lesen und dann übersetzen the islamic term for marriage Nikah literally means sexual also die islamische Bedeutung von Heirat also Nikah bedeutet wörtlich sexuelle Handlungen also sex haben this is what Nikah f f literally it says mean literally the intervents also wer seid ihr kleinen Muslime die hier in Europa lebt und in einer Traumblase lebt zu sagen dass das nicht wäre dass das Wort Nikah nicht für ja Punkt 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 steht so when the Quran says a woman if she is divorced she cannot marry again it's not married she cannot sleep again until she does Nikah Nikah is sexual intercourse also die Frau die sich hat scheiden lassen oder die Scheidung dann passiert ist muss sie halt Nikah vollziehen also dieses sexuellen Geschlechtsverkehr and then we see in the same in the same page the Muslims explain that Islam allowed in certain time Mutter simply because Islam allowed a Muslim man to rent a woman rented women how you can rent a woman rented women wie kannst du eine Frau denn mieten what kind of religion allowed a man to rent a woman was für eine Art Religion erlaubt Menschen zu mieten let me try to find where it says rented women so people they can maybe see it I think it's in the same page or maybe this is a different page I will find it later but as you see Nikah in Islam is is nothing but a sexual contract it has nothing to do with marriage and if you are a Christian woman and you ever think of marrying a Muslim man you are fooling yourself because Muslim men they don't marry they don't know and it's nothing but a sex contract also das Wort Nikah steht eindeutig für sexuelle Handlungen und wenn du eine christliche Frau bist Christian woman she should not marry from a Muslim man because he doesn't marry also eine christliche Frau sollte nicht einen muslimischen Mann heiraten also du heiratest ihn ja gar nicht wenn er dich zur Moschee also bringt ist es quasi ein Sexarrangement also es ist ein sexueller Vertrag laut dem Islam contain an employee an employer there is an employee I work for you I am employee also es ist ein Angestellter quasi sie ist dann ein Angestellter also in dem Fall ist es dann du arbeitest dann für den Mann und dein Job ist es deine Beine breit zu machen und der Mann kann sich ja wie in dem Fall einfach von ihr widerscheiden lassen und dann zum nächsten gehen seht ihr wie die Unzucht hier legitimiert wird das ist absoluter Wahnsinn he can say you are divorced because simply it's the same as you work in a restaurant and as a waiter and then their boss says you are fired you are divorced also wie wenn du in einer wenn du irgendwo beschäftigt bist und dein Chef zu dir sagt du bist fristlos gekündigt so ist das wenn man sich im Islam bescheiden möchte sie geht einfach und sagt dreimal talaq 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 und dann ist es so dann kann sie nicht mehr zurückziehen es sei denn dass sie mit einem anderen Mann erst mal steht you don't have to say talaq three times if you say talaq once it's talaq that's it okay also du brauchst du kannst es nur einmal sagen however if you divorce her and accept her again and he divorce her and he accept her again and he divorce her and this is three times based on this this is a three divorce you know that's it she cannot she cannot be with him no more until she go and have sex with a new with a new guy so what kind of religion this religion also was ist das für eine religion die sowas menschen beirnt so until now what we learned that women is stupid also was haben wir gelernt dass eine Frau dumm ist women is a sex toy frauen sind sex spielzeuge man kann he beat his wife männer können ihre frauen schlagen women they are not equal to men in court frauen sind keine guten zeugen äh aussagen im gericht and even in heaven women they are going to be more ugly than women in earth because in earth the man he can have four in heaven he can have a lot more und die die männer bekommen im himmel also hier haben die schon vier frauen und im himmel bekommen die dann noch mehr frauen so islam once i remember a somalian girl she told me when she left islam in my chat room also eines tages wo eine somalische Frau in seinem chat war hat sie den islam verlassen she said today i'm leaving islam because i just learned heute verlasse ich den islam weil ich etwas gelernt habe because the islam made by the man for the man der islam wurde gemacht von einem man für einen man and this is why all the quran concentrate on the man reward und der koran konzentriert sich nur um die männlichen bedürfnisse and women they are they themselves they are reward in the heaven of islam they themselves they are the reward the man will be rewarded by women but women will not be rewarded also der man wird mit frauen belohnt und die frau wird nur mit einem man belohnt and muhammad he brought you know he promised the muslim men that he is going to give them jellyfish women yeah jellyfish because you can see through their bones you know jellyfish is what was that this 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 and this is showing us that muhammad he disrespects our brain and our mind and muhammad zeigt uns dass er ähm frauen sehr äh respektlos behandelt this is sahih al-bukhari this is not a weak hadith das ist sahih al-bukhari das ist kein schwacher hadith it says let us read together what it says here let's go down all right all right here we go the prophet said that the first batch of the people who will enter paradise they will be glaring like full moon actually here muhammad is speaking about they will be very white also hier spricht muhammad dass sie sehr ähm groß sein werden because nobody is black will enter heaven of allah also niemand der schwarze wird äh den himmelreich ist es because of racism because arabs are racist you know okay das ist weil araber rassisten sind also wenn du jetzt zum nahen osten gehen würdest your mother and your grandmother they will advise you to marry a white woman also deine mutter und dein vater würden dich dazu bringen einen weißen jungen zu heiraten also der hat noch niemals gesehen dass irgendwie eine schwarze frau irgendwie zu irgendjemanden gebracht worden ist zum heiraten nicht mal eine warum also er wäre wenn sie sie zu hause bringen würde wäre er nicht stolz wenn er eine schwarze Frau bringen würde also die araber würden dann wenn sie eine blondine haben dann würden sie überall zeigen oh ich hab eine schöne weiße Frau so also seine kultur ist eine kultur des Hasses und Rassismus und das wird auch an vielen Stellen im Koran bezeugt if you go in the Koran you will see it says the day that faces will turn white and faces will turn black oh my ja es gibt ein Vers im Koran der sagt die Gesichter die dann schwarz und die Gesichter die dann weiß werden also Surah 3 Vers 106 an dem Tag da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden ja was nun diejenigen angeht deren Gesichter schwarz sein werden so wird zu ihnen gesagt werden seid ihr ungläubig geworden nachdem ihr den Glauben angenommen hattet so kostet die Strafe dafür dass ihr wieder ungläubig geworden seid ein Muslim Abdul he might say to you oh it does not mean that you are lying this is about like metaphorical meaning you know it's not real also wenn Muslime diesen Vers lesen dann würden die zu Christian Prince sagen oh du bist ein Lügner dieser Vers sagt sowas gar nicht bla 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 so wie das immer kennt von Muslime also wenn das so ist dann können wir uns mal den Tafsir mal angucken also gehen wir mal zu Tafsir Ibn Kassir was der dazu sagt und wir können die gleiche Geschichte in verschiedenen chapters wie zum Beispiel der Kapitel der Ende Kapitel 27 Vers Nummer 82 und es ist in vielen Versen Sura 21 28 oder 21 Chapter 27 Vers Nummer 82 also Kapitel 27 Vers 25 27 the chapter also Kapitel 27 Vers Nummer 82 Vers 82 und das ist der Kapitel der Ameise und hier spricht der Koran über einen Monster namens Jazaza und dieser Monster lehrt den Koran kommt vom unterhalb des Bodens oder unterhalb der Erde als du siehst also dieses Biest kommt unterhalb der Erde Wahnsinn und dann wenn wir runter sehen wir Mohammed hat uns eine sehr klare Geschichte über was dieser Biest wird und Mohammed erklärt uns was dieses Monster genau machen wird A beast will emerge from the earth and with it will be the staff of Moses you know the staff is a stick of Moses ah ok a beast will emerge from the earth emerge was ist emerge will come down will come from the earth also ok dieses Beast wird aufsteigen und mit ihm der und mit ihm Stab von Moses genau ok und mit ihm dem Ring von Suleyman Salamo ok also dieser diese Geschichte ist ja auch aus dem Alten Testament dass dieser Stab sehr viele Kraft und Magie besitzt und dieser Ring und dieser Ring von Salamo ist genau dieser Ring den ihr auch im Film von Herr der Ringe gesehen habt also wenn du diesen Ring anhörst kannst du die ganze Erde beherrschen Christian Prince hatte eine aber er hat es verloren schade er hat es verloren also dieses Monster wird mit dem Stab die Nasen der Ungläubigen kaputt machen mit dem Stab 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 ich kann nicht mehr ich so richtig quälen und er wird die Gesichter der Ungläubigen breit also mit dem Ring breit machen also er wird die Gesichter der Ungläubigen weiß machen also alle Muslime sind gekennzeichnet als Weiße und alle wir Christen Juden Hinduisten und Buddhisten werden schwarz sein und mein Traum wird wahr ich wollte schon immer mal schwarz werden und wenn die Muslime behaupten dass es falsch wäre dann lest mit mir folgendes er wird die Nasen der Ungläubigen damit zerschlagen mit dem Ring und er wird die Gesichter der Ungläubigen weiß machen mit dem Stab und hier it's 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 described the description of the beast it's going to have the head of a bull you know a bull like a cow bull okay also der Kopf dieses Monsters wird so sein wie ein wie Satan quasi mit dem Bullen quasi wie eine Kuh der Stier und er hat die Augen eines Schweines und die Ohren eines Elefanten und die Ohren eines Elefanten so irgendwie Es ist okay, 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 es ist okay for one word or so, then we can build the whole sentence, you know. So anyway, this beast, this beast is like, this beast is like a zoo, you know, a zoo where animals are put together. Okay, yeah, yeah, okay, so neck of the bird. Also, the neck of a tiger, the head of a cow, ears of etc. Also, here are very many animals mixed together. And the hands of a cat. And the tail are the tail of a ram, you know, a ram like, you know, the sheep, you know. Ram. And the legs are the legs of a camel. And then, we will skip here to go and see if it is about white or not. Read with me carefully, please, everybody. Also, wenn es jetzt nicht um weiß geht, dann lest mal jetzt ganz aufmerksam mit mir. It will bring out with it the staff of Moses. Und er wird den Stab von Moses mit sich führen. And the ring of Suleiman. Und den Ring von Salomon. There will be no believer left without making a white spot in his face. Aha, da wird niemand mehr, kein Gläubiger mehr, einen Fleck, einen schwarzen Fleck auf seinem Gesicht mehr haben. Und seht, das ist die muslimische Übersetzung. So, what the animal will do, will make the muslimish face have white spot. Und der, ähm, dieses muslimische Monster wird dann die Gesichter weiß machen. Und er wird so lange weitermachen, dass das am Ende das Resultat ist, dass sein Gesicht sehr weiß am Schein ist. Was bedeutet, er schlägt dich mit dem Stab von Moses in deinem Gesicht. Und dann fängt das an mit einem kleinen Fleck und dann überströmt das dein ganzes Gesicht. So, all the Muslims will turn white. Alle Muslime werden dann weiß. And then, the beast is going to hit us, the disbelievers. Also, und dieses, dieses Monster wird dann uns schlagen. And it says here, and there will be no disbeliever left without making a black spot in his face. Und, und es wird keine einzige Stelle mehr sein, außer, äh, äh, nur diese schwarze in seinem Gesicht. Which means, this will be done for all disbelievers in Islam, Hindus, Christians, Jews, Christians. Das wird allen Ungläubigen passieren. The animal here, the beast will hit you in your face and will make, or it will cause a black spot in your face. Und dieses Beast wird ein, äh, wird durch die, ähm, durch das Schlagen euch einen schwarzen Fleck verpassen. Und dieser schwarze Fleck wird so lange, ähm, sich weiter ausbreiten, bis es komplett, das Gesicht schwarz ist. So, what the Quran teaches is very evil and very ugly and very racist, that all the black people will go to hell and all white people, only white, will enter heaven. Also, und die ganzen, äh, Schwarzen werden dann zur Hölle fahren und nur die Weißen werden dann, äh. No, I understand Michael Jackson. No, I understand Michael Jackson. No, no, here, if you, if you ask the question, uh, uh, the Muslim, they will say to you, oh, like, no, he, Allah, he is making it this way so they can recognize who is a disbeliever, who is a believer. Well, this is God. Can't he know who is a believer or a disbeliever without, without making them black and white? What about me blue? Make me blue. I want to be blue, you know? What? Make me red, I want to be red, you know, I mean, what, what, black and white? So, this is a very evil and very stupid fiction story. Also, hier sehen wir, dass es wirklich eine fabrizierte, dumme Geschichte ist. And I challenge any Muslim to explain to us what's going on. Also, der fordert jeden Muslim heraus, ihm zu erklären, was das Ganze hier soll. Does anyone have a comment or disagree or agree? Hat jemand Einwände, möchte jemand anrufen? Do you open your Skype? Oh, hold on, let me open my Skype. Okay, er macht jetzt seinen Skype an. Wenn jemand anrufen möchte, kann er gerne anrufen. Genau, Debate TV is his channel. Er, ja, Skype account. Yeah, Debate TV, correct. Let me log in. Is there any Muslim out there? Alright, our Skype is up. Okay, sein Skype is on. Feel free to call us. Brother, there is a narration in which Ibn Kathir commentated that Allah will put chains in the annals of the belief. Yeah, actually, I'm thinking to open a chain store next to the door of Allah. So he buy my chains. Yes. If you go in the Quran, you will see, you will see. Wait, I will explain it for the guys, for the people. Also, es gibt im Koran einen Vers, der besagt, dass Allah, Entschuldigung, aber das ist unfassbar. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir, dass Allah Ketten in Anus von Menschen reintut. Und sie aufspießt wie Heusschrecken. Pass mal auf. Das ist kein Witz. Ich lache nur darüber, weil derjenige, der das fabriziert hat, das muss ja völliger Blödsinn sein. Amir, I noticed that this verse is, there is a miracle. Okay. In this verse. Did you notice? This verse about the inserting in the annals is chapter number 69. Ah, great. No comment. Yes, no comment. So chapter 69, verse number 32, it says the following. Read with me carefully, and this is the German version. Okay, ich lebe wieder um, damit ihr wieder mitlesen könnt. Okidoki. Und, ah, hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Okay. What it says? Put chains like the length of 17 Elves. But here there is no really too much explanation. So let us go to the interpretation to see what this chapter... Also hier der Vers wird nicht genau detailliert erklärt, also müssen wir wieder zurück in die Tafside rein. We don't want Muslims to say, oh, we are making our own interpretation. Also wir wollen die Muslimen nicht sagen hören, dass wir unsere eigene Interpretation hier geben. 69, 32. 69, 32. Go here. Surah 69. Vers 32. Tafsid ibn Kathir. Alright. Let us see what it says. Lass uns mal sehen, was er sagt. Then fasten him with a chain, therefore the length is 70 cupids. Also Allah sagt, dass diese Kette 70 Ellen lang sind. Every ring of it, which means this is a chain, also jede einzelne Kette davon, will be equal to the entire amount of iron found in this world. Equal to the entire amount. Also die Kette wird so unglaublich groß sein oder so viele Ketten haben, dass sie das ganze Eisen der ganzen Welt in sich hat. You know what iron, right? So every ring, every ring of it, is equal to all the iron in the world. Is so viel wie die ganze Erde an Eisen besitzt. Now, it says here, Ibn Abbas and Abu Dureyar said. Also Ibn Abbas und Abu Dureyar sagten. They explain what cubit mean here. Also die erklären, was dieses cubit, was ist das Würfel oder was ist das? Also was dieser Würfel ist. It's going to be in the length of an angel. Or like the length of wings of angels. This means very, very long. It's not like a cubit like the one we know. Dieser Würfel wird dann quasi so groß sein wie ein Engel. Also es ist richtig riesengroß. Here, look what it says. I want everybody to read carefully. Und der möchte, dass er genau liest. Then fast in him, he explained what fast in him means. He says, it will be entered into his buttocks, which means in his ass. In his ass, yes. And pulled out of his mouth. Wahnsinn. Ihr werdet quasi mit, ja, also da steht, dass das in deinem Anus reingesteckt wird und aus deinem Mund wieder rauskommt. I really, really love Allah. Also ich liebe, liebe Allah. He is the only God, he likes to play with the anus of people. Er ist der einzige Gott, der liebt, mit Anus zu spielen. I think Muhammad, he used to watch a lot of horror movies. Ich glaube, Muhammad hat ein paar Horrorfilme gesehen. And he had an issue with buttocks. Und er hat ein riesengroßes Problem mit, ja, Hinterteilen. In different Hadiths, it mentioned that Allah would put a flag in the buttocks of every Muslim. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er, Wahnsinn. If there is a Muslim, you don't believe me, if there is a Muslim, you don't believe me, challenge me. Und wenn ein Muslim mir nicht glaubt, dann fordert mich doch heraus. Based on what we heard, I advise the Muslims to put insurance over their buttocks. What? Based on what we heard here, I advise Muslims to put insurance over their buttocks. Because obviously Allah will play with it. Ah, okay, ja, dann wegen diesem Vers können die Muslime ja auch ihren Hintern direkt versichern. And look, it says here, that after they insert the chain inside the ass of the Muslim, they will pull it out from his mouth. Und nachdem Allah das in seinem Anus platziert hat, kommt das aus seinem Mund wieder raus. Then, then those people who Allah insert in their Anus, the chain, they will be arranged in the chain, which means the same as Shish Kebab. Also das wird dann so quasi wie, wenn du Kebab machst auf dem Spieß. Just like Lugtos, the same as you put Lugtos in a Shish Kebab. And will be arranged on the stick. And hold on, this is a proof. Leute, 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 ich mach das nicht. Also das beweist, dass der Erste, der Shish Kebab gemacht hat, Allah ist. Because this is the plan of Allah. And then they will be roasted. Und dann werden die noch geröstet. By the way, do you like yourself to be roasted very like raw or really well done? Because Allah will roast you. Also wie magst du es denn gerne? Medium oder durch? Also er fragt, wenn die Ketten die Größe von jeglichen Eisen der Welt haben. Also wie viele Milliarden von Tonnen muss das ja sein? Wie können wir dann die ganze Eisen von der Erde da reinstecken in den Anus von einem Menschen? The Anus of a human being is like one centimeter. And now we will put all the Aron of the world in his Anus. Also das, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber das Anus von einem Menschen ist ja gerade mal ein Zentimeter groß. Oder wie viel? Ein paar Millimeter. Wie willst du denn die ganze, das ganze Eisen von der Erde in seinen Anus reinstecken? I think we have to agree that this is an Anus miracle. Also wir müssen damit dann, wir sind dann, glaube ich, einverstanden, dass es ein Anuswunder ist. Also da brauchst du wirklich Gotteskraft, um die ganze Erde von Stahl in den Anus von Menschen reinzudrücken. Und vielleicht benutzt auch Allah Vaseline. To insert this a lot of Aron in den Anus of a human being. Das ist nicht normal. Das ist wie ein schlechter Scherz. Das ist wie ein schlechter Scherz. Ich komme an. Das ist Muslime. Wenn ihr das seht, das ist einfach nur zum Lachen. Versteht ihr, was ich meine? Dass diese Geschichten, die ganzen Tafsire von Ibn Kathir, diese ganze Humbug, das sind eure Gelehrten. Das sind nicht meine Gelehrten. Ihr sollt nicht ein Problem mit uns haben, wenn wir lachen diese Gelehrten aus. Weil das sind, in meinen Augen sind das die dümmsten aller dummen, dummen. Weil wie kann das sein, dass ihr das nicht seht? Wie kann das sein, dass diese Interpretation, die Interpretation der Tafsire von Ibn Kathir geht zurück zu Mohammed. Weil der Lehrer der Lehrer, der Lehrer, der Lehrer... Das ist nicht von Ibn Kathir zu sprechen. Ibn Kathir erklärt das Vers, und das ist alles von dem Propheten. Also der Ibn Kathir interpretiert das nicht, sondern er erklärt das, weil das alles von Mohammed kommt. Also wir fordern auch die Muslime heraus, über diesen Surah und den Vers, eine Interpretation zu geben, die das nicht bezeugt oder besagt. Und das ist auch Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed, der das sagt. Also die stecken das dann in deinen Anus rein und dann kommt das sogar aus deiner Nase heraus. And the man will not be able then to... No, no, I'm not hungry. How we can be hungry after we are reading this? I don't want to eat, I don't want to... Er hat schon einmal wieder geschrieben, das falsche Interpretation hier. Ah, someone... Dann ruft doch an und gib uns die richtige. Machen wir die Tür zu da. Because my neighbors... How in the world this can be a religion? Mohammed is the way in the paradise. Mohammed is the way into paradise. He is the way to paradise? Yeah. Well, Mohammed is the way to your anus, my friend. What paradise? Don't you see what's happening? What paradise? And what paradise you are talking about? You know, Allah will put a flag in your buttocks. Do you want to show it to you? Maybe, let me see if I can find the hadith. Where Allah will put a flag in the buttocks of the Muslims. Brother, here in your book, The Deception of Allah, here is a chapter in which you said that... Here. Can you read it, please, so that you know what I'm talking about? This one. When blood came out of the nose of the man and then the man has the right to say it to his woman. Okay, most of the Muslims say I'm a liar and this is not true and this is not the statement of Mohammed. Please, can you show us? Let us see if it's fine, the reference. Because here is the reference. Al-Muttiqi, Al-Hindi. This is... I don't think this website has it. Okay, let me explain it for the people. Okay, Leute. Es gibt ja... Ich habe ja in einem meiner letzten Videos habe ich ja das Problem und die Rechte der Frauen gemacht. Also das Problem der Gewalt an Frauen im Islam. Und da habe ich einige Sachen aus dem Buch von Christian Prince sitziert, Allahs Täuschung, weil ich natürlich weiß, dass er jegliche Quelle hier bei sich hat und dass das alles akkurat ist und dass das auch alles stimmt. Nur die Muslime versuchen so hinterhältig so das Buch von Christian Prince darzustellen, also so ganz hinterhältig das runterzumachen und sie versuchen mit allen Mitteln das ja quasi als dummes Buch darzustellen, aber das ist nicht so. Deswegen gehen wir jetzt mal diese Quelle ein. Der Prophet sprach, der Ehemann hat das Recht über seine Ehefrau, wenn Schleim, Blut, Eiter und Schmutz aus seiner Nase kommen und die Frau dies mit ihrer Zunge ableckt, reicht es nicht aus, dem Mann hier sein bloßes Recht über sie zu geben. Solange es, spricht Mohammed, solange es mir nicht gestattet ist, einem Menschen zu befehlen, vor einem anderen Menschen zu knien, will ich der Ehefrau befehlen, bei den Tugenden Gottes vor ihrem Ehemann zu knien, wann immer er in ihr zu Hause auf sie zugeht. So und jetzt beweisen wir und gucken wir mal, ob der Bruder Christian Prince uns das aus der islamischen Seite zeigen kann. Ja, weil die Muslime, die versuchen ja alles. Denen ist jedes Mittel recht, um schön in der Lüge leben zu bleiben, aber Gott sei Dank öffnen wir auch einige Muslime, die wirklich Verstand noch haben und ihren Verstand auch einsetzen möchten, denen ihre Augen. Und das ist uns natürlich ein Vergnügen, ein großes Vergnügen, auch den ignoranten Muslimen, die versuchen, Sipis Buch schlecht darzustellen, euch zu zeigen, dass ihr da falsch liegt. Und wir hoffen natürlich, dass auch eure Augen aufgehen, weil unser Anliegen ist es euch, zu Herrn Jesus Christus zu bringen und eure Lüsen aufzudenken. Okay, ich drehe jetzt die Kamera wieder um und dann gehen wir wieder durch. Also hier sehen wir, dass wir auf der Webseite islam.info sind. Und hier ist die Fatwa Nummer. 151353. Und hier ist die Meinung der Gelehrten über diese Geschichte. Und hier wird ein Hadith von Anas ibn Malik überliefert, where Muhammad clearly saying as we read here und wo Allah saying Muhammad saying also hier wird ganz klar von Muhammad gesagt swearing by Allah that if anyone if a man he have like he is ill let's say he have he have a buzz I don't know how to translate in German like the yellow things coming from Ah, okay, okay. Also wenn jemand hier Schleim aus der Nase kommt if all those ugly things coming from everywhere in his body Also wenn irgendwelche dreckigen, ekelhaften Sachen aus seinem Körper rauskommen and the woman she leaked him all over and the woman she leaked him all over she did not do enough for her husband yet. Also es ist noch nicht genug für den Mann. Which means this is very very right to do and a Muslim man he deserved that. And he said the woman if she do that she did not do enough. Also es ist noch nicht genug für einen Mann wenn sie sowas tut es muss noch weiter gehen. And you can find here that this is from the Hadith which is the Sahih And dieser Hadith ist authentisch Sahih Here it shows what is the right of a Muslim man And hier steht was ist das Recht eines muslimischen Mann über seine Frau Look at the title The Sahih Hadith about the right of the husband over his wife Also hier steht der Titelname ist die authentische Version was ist das Recht über die Frau von dem Mann So everything here is about Sahih Und alles darum geht es um die korrekten Sachen And then here here we go this is the same Hadith we just read in the other page Und hier ist der Hadith den wir auf der anderen Seite gelesen haben Which means this is a Sahih Hadith Was bedeutet dass es ein sehr sehr akkurater Hadith ist And here you will see more references about the same stories in many books And here wird das in mehreren Büchern überliefert However We can find the same the same story in the book of Ibn Kathir Al-Bidayah and Annihaya Volume number 6 Und wir finden auch die gleiche Geschichte in Al-Bidayah und Annihaya von Ibn Kathir Volume 6 Volume 6 Band 6 And this is the page in front of you And this is the page in front of you The same exact Hadith Und derselbe exakte Hadith We can go to another Hadith We can go to another Hadith Hadith of Imam Ahmad Hadith von Imam Ahmad 20 I don't know how you say that in German like 265 20 to 65 20 to 65 And from the Hadith Al-Muqtara 5 to 265 I'm not going to quote all of them because there are too many only the important and An-Nisa'i Und er wird jetzt nicht alles nennen weil er geht nur zu den wichtigsten In the book of Sunan al-Kubra Und im Buch von Sunan al-Kubra 5 363 which means page number 363 Also 5 zu 363 Seite And Imam al-Bazar Hadith number 8634 Hadith number 8 363 8 6 3 4 And Al-Asfahani And Al-Asfahani Of the Proves of the Prophecy Und die geprüften Prophetien Hadith number 277 Hadith number 277 I'm not sure this is a Hadith number or the page I'm not sure but this is what it says in front of us I'm not sure this is a Hadith number or page number I'm not sure Also jetzt ist ich nicht sicher Ist das jetzt die Hadith number oder die Seitennummer And then the page count more and more reference Also die Seite nennt mehr und mehr Beweise Und This is the second Hadith which is reported by Abu Sa'id al-Khudri Also dieser Hadith wurde von Said al-Khudri überliefert And the man he asked the prophet about what is the right of the husband over his wife Und der Mann fragt den Propheten was sind die Rechte des Mannes über seine Frau Der Prophet sagt Also wenn er den Dreck aus dem Körper des Mannes abschlägt dann ist es noch nicht genug für den Mann Und andere Und andere Leute überlieferten Und wenn sogar dieser Schmutz aus seiner Nase kommt Gemischt mit Blut oder mit Blut Und wenn sie es ablegt oder schluckt war es noch nicht genug für den Mann Und dann sagte eine Frau Ich schwöre über Allah Ich werde niemals heiraten Ja also hier seht ihr die ganzen Referenzen so dass ihr nie wieder euer Mund aufmachen könnt dass diese Hadith schwach wäre oder dass es eine falsche Übersetzung ist Seht ihr warum die Muslime niemals gegen Christian Prince antreten weil Christian Prince Arabisch Muttersprachler ist und deswegen werden auch die Muslime niemals antreten weil sie sich ihrer Religion schämen Niemals sie lieben lieber die Lüge anstatt die Wahrheit anzunehmen und das ist ein sehr sehr schlimmes Unterfangen unter den Muslimen hier sehr 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 Art und ich do not need to count all the reference the book of 3 chapter 3 also jetzt liestet die ganze 6 3 kopiert das kopiert das kopiert das und schickt das euren muslimischen wenn es kommt so if the muslim they will say and here the funny here it says wa qala al hakim hadithun sahih ul isnaad this is a true the hadith is sahih with the sahih chain ok also dieser hadith diese überlieferung die ich hier gerade vorgelesen habe ist sahih und die Leute die das überliefert haben ist also sind vertrauenswürdig trustworthy trustworthy all the chains are trustworthy also die die kette der überlieferer sind allesamt vertrauenswürdig and we are going to try to find another hadith in english where even muhammad he said if it's up to me i will order women even to bow down to her husband which means to worship him you try to find it in english i will try to find it in english und jetzt versucht er auch den hadith in englisch zu finden wo muhammad sagt dass die frauen sich vor ihren männern und es sieht so aus als hätte er es gefunden ok the prophet said if i were to order anyone to prostrate himself before another i would have ordered a woman ja haben wir es doch der prophet sagte wenn ich jemanden befehlen würde sich vor jemanden anderes niederzuwerfen würde ich befehlen einer frau vor dem mann niederzuknien und das finden wir in seht ihr ihr muslime belügt euch doch nicht selber lügt euch doch nicht selber an die ganze zeit wo seid ihr muslime warum gehe ich denn drei tage live ich werde mit euch reden cp i told them come live any muslim who want to talk with me because i'm not able enough to look at the sources because many sources are cp is sitting next to me you speak with me and i'm asking please show the reference because i have everything in my head but i cannot find it how i want you know and you are here to find show that reference why nobody is coming here all of them have a big mouth you know wow you are a liar you know what a muslim he said why christian prince hide himself i'm not hiding myself i don't i just i don't like to be in camera all my life even today a sister she asked me if i have like you know why i don't take pictures i said even when i was a child i don't take pictures why you want to see me muslims i don't like to show myself and i'm not good looking ask them amir 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 good looking amir 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 good looking no i look scary so why you want to if you see me trust me how many people are watching now can i say how do you look like for me no come on don't say they will leave they will leave all of them they will leave how many they are watching do you know how many watching if you if you see how i look like trust me you will be scared you know also er drückt sich nicht davor sich zu sagen er möchte sich einfach nicht zeigen weil er so keine Lust hat auf kamer mäßig und so anyway let me describe myself to you i'm a black blonde african-american from japan i hope that is satisfying it's not important who somebody look like you see you show yourself they don't ask you to show yourself they say you are a liar yeah but if you don't show yourself you say why you are higher why you are higher okay answer us who cares who cares i'm not a prophet i am not a singer i am not an artist i am a christian prince a person is getting your prophet busted answer me and this is what people want who can who can who wanna call us here we go the phone is in front of you who wanna call me who wanna call me who wanna call me who wanna call me the phone the phone is waiting who wanna call me now you see the phone of christian prince be careful your hand see your hand oh no oh no don't see my hand this is haram it's haram 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 i will show some of my hand look 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 my hand is coming my hand is i don't know what happened my hand is not coming yeah it looked like yeah call us you know show us also muslim nochmal wenn jemand anrufen möchte die wie heißt das der link can you please post your skype in our chat from my account also der bruder christian prince postet jetzt von seinem account in unserem chat hier hinein so dass die leute draufklicken können weil ich weiß dass einige unfähig sind seinen namen sogar zu finden bei skype yeah i will find you ach muslim ehrlich das tut mir wirklich im herzen weh dass ihr für einen pseudopropheten der niemals ein prophet war eure seelen wegwirft versteht ihr deswegen sollte es deswegen ist es von groß der bedeutung dass ihr euch schleunigst auf den weg zu jesus christus begibt ihr seht doch was in den islamischen quellen los ist wer kann denn sowas akzeptieren niemand niemand mit klarem verstand würde das akzeptieren also der cpi hat jetzt schon angst dass vielleicht ein muslim doch anrufen könnte um ihn in die ecke zu drängen also lasst uns beten dass kein muslim kommt bitte 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 macht ihr internet kaputt weil wir haben Angst dass muslime kommen also deswegen will er auch vier frauen heiraten damit die frauen jeden tag vor ihm niederknien und wenn er da irgendwelche eiter hat dann lecken die das einfach ab wer braucht denn katzen mashallah alhamdulillah ich bin so glücklich ein muslim meine frau leckt mir mal den dreck weg ich will nicht eine tauern eine tauern eine tauern was für die moment sie wird dich die muslim hört auf zu sagen dass das eine lüge wäre es sind eure islamischen seiten es sind eure islamischen bücher es sind eure islamischen gelehrten es ist muhammad selber der das alles beweist und sagt langsam reicht es aber auch man weiß was ich meine langsam muss man auch mal aufwachen wenn man 5 gramm gehirn hat oder 2 gramm reicht auch schon da muss man doch aufwachen oder nicht aber gott sei dank befinden sich auch darunter aufrichtige und ehrliche muslime die sofort den islam in frage stellen und ihn verlassen gestern hatten wir nämlich die das vergnügen dass ein muslim die wahrheit gesehen hat und den islam verlassen hat das war für mich eine ehre ihn zum herrn zu führen und ihn zum herrn zu führen und ja den letzten stund aus dem islamischen feiern zu zeigen und er war uns auch sehr sehr dankbar und ich hoffe vielleicht ist er auch hier im live stream ich grüße dich meinen bruder der du jetzt bist im herrn fahdi fahdi du hast die beste entscheidung meines lebens getroffen das kann ich nur jedem auch anderen muslim weiterempfehlen dass du deine seele dem herrn jesus christus alle vertraust es ist die beste entscheidung meines lebens ein muslim kommt gleich rein ein muslim want to join us okay hol ihn rein a guy his name is asad salim he said cp this is a fallacy of appeal or automation are you god who makes standard will you is muhammad a god who makes standard who is muhammad to say a woman she should lick the dirt of the man knows what kind of god what kind of a prophet you are god he is god is muhammad a god why you don't say the same to muhammad ja genau look how hypocrite you are how come you don't question muhammad wieso stellst du muhammad nicht infrage when he say lick the dirt and the disease of your man als er sagte lick den schmutz von der man lick his nose lick das schmutz von seiner nasa und selbst wenn sie sie schluckt ist es noch nicht genug also er sagt doch nicht dass irgendeine frau so was sagt warum stellst du ihn denn nicht infrage so you are saying this is god teaching what kind of god will teach that also welcher god würde denn sowas überhaupt lehren a woman she will not be a good woman unless she lick you and lick your dirt eine frau ist dann erst gut wenn sie deinen dreck und alles ableckt can't you wash it kannst du es nicht selber abwaschen if you cannot wash it get a cat wenn sie es nicht abwaschen dann hol dir eine katze oder vielleicht einen hund aber keine frau was stimmt mit euch muslimen nicht now asad why you don't call us please asad i would like really honestly i would like to hear asad you know what asad mean asad means a lion this guy is a lion he is going to call us Asad bedeutet... By the way, by the way, do you know that Allah have a dog? Allah have a dog? Yes, but he have a sound or a voice of a lion. Asad, do you want to challenge me to show you that? Also Asad, möchtest du ihn herausfordern? You see, I am in Germany right now and I saw a lot of people have dogs, correct? Also er ist jetzt gerade hier in Deutschland und er sagt, sehr viele die Hunde haben. Not even one of them have a voice of a lion. Und keiner von denen hat einen. Allahu akbar. Miracle. It's a miracle. This is the proof that Allah is God. He have a dog, but his voice is a voice of a lion. Also das beweist, dass Allah, Entschuldigung, Gott ist, aber seine Hunde haben die Stimme von Löwen. I'm so glad that Allah have a dog. He has a voice of a lion, not a voice of a chicken. Also er ist sehr, sehr glücklich darüber, dass die Hunde von Allah Stimmen wie Löwen haben und nicht wie Hühnchen. Look what Asad, he said to me. CP, would you kill your own son if God told you to do with? You know, Abdul, it says, don't try God. God, if he order me, I am willing to do whatever he want me to do. However, my God, he asked Abraham in your Quran to kill his own son. Also in deinem eigenen Koran. And in your Quran, Abraham, he brought his son to be slaughtered. Are you saying Abraham is a hypocrite man and he's a bad man? Say it, say it. Also sagst du jetzt, dass Abraham ein heuchlerischer Mensch war? Will Abraham do it? Yes. Würde Abraham das tun? Ja, natürlich. Will you do it? Würdest du das tun? How are you saying Abraham is a bad person? Würdest du sagen Abraham ist ein schlechter Mensch? You are a coward, Asad. Du bist ein feitling, Asad. You are a prophet, he told you to do Jihad, but yet you are sitting in your bum and you are not joining to do Jihad in Afghanistan. Das ist sehr heuchlerisch von dir, Abraham. Don't you want to get the versions? Dein Prophet sagt zu dir, dass du nichts anderes als Jihad machen sollst. Und du sitzt da an deinem PC oder was weiß ich wo du gerade bist oder an deinem Handy und tippst hier irgendwelche Blödsinn. Look what I said. If God told you to beat your wife, don't you do it? Wenn Gott, 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 if God told you, beat your wife, shouldn't you do it? No, I will not do it. Nein, bitte nicht. For very simple reason, my God will not say that. Weil mein Gott sowas niemals sagen würde. Mein Gott sagt, liebe deine Frau und beschütze sie. Gebe sich ihr hin. Ja, also der Mann ist das Haupt der Frau und der Mann ist, Christus ist das Haupt der Gemeinde und sie sind alle ein Leib in Christus. Also es gibt da keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Der Mann soll die Frau lieben und die Frau soll den Mann lieben. Was für eine Art Gott ist das, der befehlt, seine Frau zu verprügeln? Magst du es, wenn dein Vater deine Mutter schlägt? Fühlst du dich dabei gut? Ich glaube, das ist Spaß für dich. Ja, und das ist eine schämfliche Religion. Das ist eine lächerliche Religion. Was für ein Gott ist das, der sowas befiehlt? Was ist los mit dem Gott? Was ist mit Pipsi-Cola? Es gibt so viele Getränke. Warum Kamel-Urin? Und dann muss es auch noch richtig frisch sein. Aus dem Penis des Kamels. Was für eine wunderbare Religion. Also hier fragt eine Person, warum der Sperma aus dem Rückgrat und den Lenden kommt. Mein Freund, according to a scientific discovery by a Muslim guy, a Muslim scientist from Japan, his name Suzuki-Toyota Suzuki. He discovered that Arab only, only Arab have sperm coming from the backbone. Das ist nicht normal. Wenn der Koran sagt, wenn Allah sagt, dass sperm coming from the backbone, kann man deny das? I wish so much that the scholar would call out here in our show. Not only that, the Muslims, they try to explain the Koran with chapter 86, verse number 7. And gave the Tafsir in it, huh? Yes, they try to explain it and even some of them, like Arazi, he said, that the sperm of the man is coming from his brain. Also es gibt sogar ein Tafsir über diese Sura. What is this? Arazi, Arazi. I don't know. What is the chapter? 86, verse number 7. 6 and 7. Also Sura 86, Vers 6 und 7. Da sagt Allah, dass das Sperma aus dem Rückgrat und den Lenden kommen soll, angeblich. Und wenn wir in den Tafsir reingucken, dann wird die Katastrophe noch schlimmer. Weil Arazi sagt, dass das sogar aus dem Kopf kommt. The funny, once a Muslim group, like a guy, Sami Vattari, Zattari and Zawadi, something like this. Ah, okay, the team of the Afikun. They decide to make a refutation for me and they say to me, go and read scholars, read scholars, what they say about this verse. Not someone like a Jalalain. Okay, let me explain. Also, die hatten schon mal eine Debatte gehabt bezüglich des Verses und da haben die Muslime versucht, ihm da zu antworten. Und natürlich, welcher Muslim will ihm denn antworten? Er kennt ja jeden einzelnen Winkel der Tafsir und hier Koran, alles Mögliche. And as I remember, they asked me to go and read Arazi. Und dann sagte dieser Muslim so, geh und lies den Tafsir von Arazi. But when we go to Arazi, we see something really crazy. Und jetzt pass mal auf, jetzt richtig kammer um, wenn wir Tafsir Arazi lesen, sehen wir Folgendes. Let us show you first what it says in English. Warte, so. Lass uns mal schauen, was hier im Englischen steht. This is Tafsir al-Jalalain. Das ist Tafsir al-Jalalain. It says that there is a gashian fluid issuing from between the lions of the man, also es ist, ähm... the backbone of the man and the breast of the women. Ach du Heilige. Also... What is issuing? Issuing, which is coming. Okay, also es kommt aus den, aus den Länden, zwischen den Länden eines Mannes und der Brust, also Brustbein eines, einer Frau. Daher kommt, this is the sperm that... The sperm. The Quran teaches that women and men, they have a sperm. Ah, okay, der Quran sagt, dass die Frau und die Mann Sperma haben. However, the sperm of the man coming from the backbone. Also die Sperma von dem Mann kommt aus dem Rückgrat. By the way, I have a friend, they are getting their sperm from the sperm bank. On that point, that's... And women, and according to Allah, because Allah is super, super, super mighty God. He knows everything. So he told the Muslims that women have a sperm and it's coming from the location of the necklace. You see here, it says the breast bones of the women. The fact, it doesn't say that. This is how it's translation. It says, At-Taraib. At-Taraib in Arabic. It is the location of the necklace. You see here? I don't know how you can translate that in German. The location here. Like, you can put your fingers to show them where exactly. Okay, also... Right. Also, der SCP sagt, dass das im Arabischen ganz anders beschrieben wird, als was die hier übersetzen, weil dieses Wort... What was this word? At-Taraib. At-Taraib. Kehlkopf. Es ist quasi hier zwischen Kehlkopf und Hals hier unten, direkt Anfang des Halses. So, this is where the sperm of the woman is coming from. Also, hier kommt der Sperma von der Frau. Ich gehe kaputt, ey, Leute. Absolutely. This is scientific. Und natürlich ist das wissenschaftlich. Ihr Muslime mit euren wissenschaftlichen Wundern. Let us see here. I'm trying. Okay. This is Ar-Razi. Das ist Ar-Razi. Das ist Tafsir Ar-Razi. He said that there is two opinions about this verse. The first opinion, that the sperm of the man is coming from the heart bones only. Es gibt zwei Optionen, also zwei Möglichkeiten. Die Sperma kommt vom backbone of the man. Yeah, the man. Also, es kommt vom Rückgrat des Mannes. No, no, he's talking now about, we'll talk about both, but he is saying that the man, his sperm coming from that area. The man, his sperm coming from that area. And then he continues saying, and the sperm of the woman is coming from the tribe only. Only. Which means from here. From that location. And then he said, based on this, there is no water or sperm coming from between the backbone and the tribe. Which means, this is not about one body, one man. He's talking about only the man. That is, the sperm is coming from between here and here. No. It's about two creatures. One is the male and one is the female. And then he continues. He continues saying, and the human is made from the sperm of the man only. As some opinion. And then he continues saying. And this is what, And then he says, and those who say, if they believe in this, he's trying to refute them, you know. He said, about this, you, we cannot say that this is only about the man. And then he continues saying, because the man and the woman, when they meet together, they became like one, between and six. Okay. And then he continues saying, the prophet said, that the man or the human is made from two substance. The man, the, when, and the prophet said, when, when the man have orgasm first, the baby will be a boy. And when the women have orgasm first, the women, the baby will be a girl. If we go to, if we go to, yes, yes. And we can show the hait in English. Then look what Al-Razi said. He said, he said, he said, that the man who have too much sex, he will become weak in, in one of his body parts. And, 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 and if Allah, he meant that most of the sperm is coming from, from, from a place, this is very weak. But the fact, most of the sperm, it is growing in the brain. As a, yeah. Al-Razi, this is Al-Razi now. Al-Razi is being the sperm. This is Al-Razi, the big, big, big scholar, the scientist, the Muslims are so proud about. Look, he is saying that the sperm of the man is coming from his brain. And this is explained why men, they keep thinking about sex. Yes, yes. Because all the sperm is here. That is so smart. I cannot believe it. Man. Muslime, bitte wacht auf. Das ist doch nicht mehr normal. Leute. Now, any Muslim want to say something to Al-Razi? Will irgendein Muslim hier irgendwas gegen Al-Razi sagen? Wer seid ihr denn? And look, Amir, look what he said. Al-Razi, he says. And the proof that the sperm is coming from the brain, that the baby, like when he's born, like this. He looked, the cells of the brain look like that. No. He's saying that. What the heck? So, he is proving that the sperm is coming from the brain, saying that when the baby is born, he come out, look like the brain. Like he is, like, like, curtain around himself, like this. Like sometime when she, maybe, the child died. And he come out, like, you know. Okay. So, he's saying, it's look like the brain. So, he's saying, it's obviously, this is where the sperm is coming from. And this is very smart. And this is always to explain the Quran. Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Am besten kopiert diesen stream, Leute, und verteilt ihn überall wo ihr nur könnt. I say to them, copy them and spread it all over. Where do you can do that? If the Muslims don't like this interpretation, we can go back to the English. I wish we have, like, something in, I mean, in German. But I don't think we have. Do we have any German here? Let's see. No, there is no German. There is only English. Yeah, there is no German. As you see here, this is Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas says, issue from between the lions, which mean the back moon, and the ribs of the women. And this is the same if we go to Adjala lain. Any Muslims have something against that? Habt ihr Muslime eine Einwände dagegen? Ist das eure Wissenschaft, von der ihr uns überzeugen wollt? Wir sind hier im Westen, wir können den Islam in Frage stellen. Versteht ihr das nicht? In den islamischen Ländern ist uns das verboten. Und ihr Muslime schreit immer noch, Allah, 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 Islam ist die Wahrheit. Islam wird siegen, nichts wird siegen. Der Islam wird niemand siegen. also was für eine Art Wissenschaft ist das bitte sagt mir mal wie könnt ihr an sowas denn glauben geht mal zu einem Arzt und erklärt ihm das was die Tafsire sagen und die Tafsirs gehen zurück zu Mohammed well you know the Quran is so clear the Quran says the word solm and tarib so Muslims can't play with it however this is Ibn Abbas and Ibn Abbas is a scholar named by Mohammed this is the cousin of Mohammed also sogar der Cousin von Mohammed and look what he says issued from between the loins the backbone of the man and the ribs of the woman very simple ja also der bestätigt das auch also hört auf Muslim komm Ibn Abbas he got the interpretation from where also he got from Mohammed this is the cousin of Mohammed also wo hat denn Ibn Abbas der Cousin von Mohammed diese interpretation denn natürlich von Mohammed and actually in the Arabic interpretation it's mentioned that Mohammed he said that if the man have orgasm first the baby will be a boy and if the women have orgasm the baby will be a girl und Mohammed sagt in einer Überlieferung dass derjenige der zuerst sich entlädt beim sexuellen Akt also wer zuerst einen Orgasmus bekommt dem sieht das Baby dann ähnlicher aus and this is again another proof that Mohammed is a false prophet und das beweist mal wieder dass Mohammed ein falscher Prophet however you can see all of this in my book Sex and Allah und das könnt ihr alles in seinem Buch äh hier Sex und Allah it's two values value number one and two das ist ein sehr 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 brutales und heftiges Buch voll mit Referenzen über die sexuellen Handlungen in den islamischen Quellen was da die Muslime so von sich geben unglaublich ja und du prove uh that uh the most of the Khalifas were gay and everything in my book the two values is nothing but about sex and it contain everything about the the all the family of Mohammed obviously they were gays you will see the reference also their CP beweis so dass die ganze Familie von Mohammed um homosexuellen waren also and if I if I'm not exaggerating look like the whole city of the whole town of Makkah the whole city of Mekka yeah and and then you will find a lot of amazing stories even Muslims they never heard of them and you will see all the references yeah also yeah also wenn ihr seine Bücher kauft und da durchblättert und die Referenzen seht ihr seht ja die ganzen Quellenangaben da könnt ihr dann selber and by the way we have in the other book this one this is this is the supposed to translation for Quran and science darum geht es also diese ganzen wissenschaftlichen angeblichen wissenschaftlichen wunder dieses Buch nimmt alles auseinander alles this one have three times more information than my first book which is this is the part two this is full of information but for some reason people are not getting this book they are getting only that book I don't know why holt euch die beiden Bücher unterstützt den Bruder er hat es verdient das ist sein Werk seine Arbeit und wenn ihr mit Muslimen in Gespräche seid dann seid ihr wenigstens gewappnet dann könnt ihr euch nicht einfach so in das Licht führen lassen dann seid ihr den Täuschungen dann hält ihr den Täuschungen stand deswegen sage ich immer wieder wenn ihr schon so einen Weg geht und Gespräche mit Muslimen habt dann ist das ein Muss dass ihr das bei euch zu Hause habt diese Bücher damit ihr die selbst Imame nehmt damit auseinander weil once I talked with you about Shabih Ali you send him your book no I don't send him he bought it no he bought it also dieser Shabih Ali das ist ja einer der besten Apologeten zur Zeit für die Muslime die sind dem sehr sehr zugeneigt also der ist so ihr wisst ja dass er mit David Wood und vielen anderen christlichen Gelehrten Debatten geführt hat und es gab ein Interview wo ein Typ ein Bruder im Herrn aufgestanden ist und ihm eine Frage gestellt hat dem Shabih Ali und der hat ihn gefragt wann also hier stelle ich die eine Million Dollar Frage wann wirst du gegen Christian Prince in einer Debatte antreten ja und dann hat er natürlich gesagt ja Christian Prince ich kenne Christian Prince er ist kein unbekannter Typ und ich habe sein Buch geholt und der weiß wenn der Shabih Ali hat das Buch von Sipi geholt und sich das durchgelesen und der weiß dass er nicht mit dem Spaß machen kann der ist kein David Wood oder Sam Shemun oder wer auch immer weil der spricht Arabisch und das ist ein Vorteil und der Shabih Ali he ist ein Pakistaniker ja also Shabih Ali ist ein Pakistano und der denkt dass er über den Islam Wissen hat obwohl er nicht mal weiß was da überhaupt los ist und er tritt auch niemals zur Debatte an also er hat sogar noch da war einverstanden mit dem ich debattieren und nachdem er das Buch gelesen hat hat er gesehen dass er das lieber besser nicht machen soll also der hat dann ABN wo auch die ganzen David Wood und alle ihre TV Ausstrahlung hatten hat er gesagt ich bin beschäftigt mit irgendwelchen anderen Sachen und bis heute ist er immer noch beschäftigt bis er bis Sipi nachdem er schon gestorben ist kommt er bestimmt mit einem Video in dem er ihn herausfordert also was ist mit den Muslimen was sind die angerufen worden also Sipi sein Skype ist an und ihr könnt anrufen ja wenn ihr meint der Islam ist die Wahrheit dann könnt ihr gerne anrufen und dann gucken wir mal ob das die Wahrheit ist bis jetzt habe ich bis jetzt lehne ich zu eine Million prozentig den Islam ab ich werde niemals ich schäme mich bis heute die Schahada ausgesprochen zu haben bis heute ja also wenn es auch Muslime hier gibt die den Islam verlassen möchten wir würden es natürlich sehr sehr bevorzugen auch mit euch zu reden und euch eventuell den Herrn Jesus Christus näher zu bringen ja genau wie der Bruder der Moslem der dann Jesus Christus angenommen hat als er auch gesehen hat und geweint hat nach den ganzen Quellen angehabt gibt es noch Fragen ja genau wie der change the title of the live stream because I wrote um the corruption of the Koran part 2 ist das nicht zu fassen, dass ihr, wenn ihr euch scheiden lässt ja warum ruft ihr denn nicht an und fragt doch die Frage ist doch nicht schlimm keiner sieht euch, man hört doch nur eure Stimmen möchte jemand anrufen was ist die Frage? 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 ja wo sind die muslimen die sagen dass er lügen würde oder ich lügen würde? wo sind die denn? you have an golden opportunity to show everybody that we are liars now right here yeah in the next very soon when you are back in america we will do such a broadcast yeah we can do that we connecting our channels together also wo sind denn die lügen die er angeblich erzählt? warum kommt ihr und ruft nicht an? ich werde demnächst die ganze zeit so weitermachen mit mit auch mit bruder wir werden live gehen und dann werden wir auch sowas einrichten mit skype so dass die muslime anrufen können oder derjenige der mit uns dann halt sprechen möchte ja es geht mir um eure seelen die sind mir wichtig look there is a muslim he said the christian prince is a joke as long as you said to me i'm going to tell you a joke alright also wenn du behauptest dass christian prince ein witz wäre let us see who is the joke dann lass uns mal sehen wer der witz ist you ask for it you deserve it du fragst danach dann verdienst du es ich hoffe der muslim wird mit uns lesen und dann mal gucken wer der witz ist ok hold on let us see here read with me abdoul lies with me 입ure muslim the messenger of allah deholder ves whether Allah please listen sallallahu aleyhi wassalaam the messenger of allah sallallahu aleyhi wassalaam he said sallallahu alayhi wassalaam i was asked sallallahu aleyhi wassalaam that if the men have orgasm first dass der Mann als erstes Orgasmus hat der Mann wird ein Junge werden also das Baby wird ein Junge werden und wenn die Frau zuerst entlädt und Orgasmus hat wird als Baby ein Mädchen und du musst mir den Witz sagen ich wäre ein Witz ist das ein Witz oder ist das wahr? und du bist mir sagen, ich bin ein Witz du Idiot bitte, show dem die Reference oh, Sahil no, 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 hold on he is blind, he will not see it Sahil 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 Sahil, it is Sahih, my friend I mean, come on they like the tone Daif Daif Sahil Daif This is Sahih Are you sure, Dr. Muhammad Let us call Zakir Naik and ask him Lasst uns mal Zakir Naik anrufen und die Fragen ist das Dr. Zakernak exactly me brother we have a question the prophet said if the men have orgasm first the baby will be a boy if the women have orgasm first the baby will be a girl first of all this is absolutely not the true meaning of the hadith and I know exactly who is the one who said that this is his name is the Christian prince and he is a coward he don't want to show his face I guarantee you that the Christian prince father when he have orgasm he have orgasm first however the prophet he said that if the men have orgasm first the baby will be a boy and this is true and the proof of that look at me look at me I am a boy and I asked my father he told me that he have orgasm first I asked my father about my sister he said that my mother she have orgasm first and this is the proven scientifically and you can go to China or to the pan there's a scientist it's very well known in the pan his name Yama Suzuki Yama I do lie Yama he's a very well known scholar very well known doctor in the pan the pan beats upon her so brother this is true and don't listen to Christian prince Christian prince is a dog thank you very much hey heftig Yama how good that is Nauka oh muslims hey ehrlich that is that is that can that can really not be true I know I don't know I don't know I don't know I would like to have a couple of muslims who are at least at least in their heart what they love who are at least who are at least say oh my god I have to go as fast as possible out of this religion oh someone is calling oh no who is that okay hold on we will answer here hello 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 please listen to us listen to us only from skype listen to us only from skype please hey hang up let us call him mute mute please skype mute youtube when you call us we are calling you back no it is not available I don't know what happened any muslim want to call us this is not a muslim anyway I can tell from the name I don't don't look like a muslim any muslim would like to call us möchte ein muslim uns anrufen habt ihr keine keine courage anzurufen und ihn ihr sagt doch immer Sibi hat doch keine Ahnung Christian Prince hat keine Ahnung der ist ein Lügner der kann nicht mal arabisch da gibt es muslime die sagen der kann nicht mal arabisch there is some muslims they tell oh Sibi doesn't speak arabic I don't I speak chinese you can teach them arabic and this stupid guy sorry for my language but this guy who want to answer you with this video you know him this stupid he said he is a turkish guy he said to you arabic speaking guy who raced up with arabic is the first this is my first language what is my first language muslims can somebody I think my first language is german he said he even speaks arabic a turkish guy who learned arabic they tell you you don't speak arabic you're right I don't know what is my language I'm not sure ach ja es wird immer bunter und bunter ehrlich do we have no abdul jesus is god amen na ist ja nicht schlimm ob du jetzt der typ einer debatte für eine debatte bist oder nicht aber du kannst doch gerne deine fragen stellen du willst doch gerne die wahrheit wissen warum gehst du denn so mit deiner seele um warte mal wie heißt der typ rio rio hayabusa oder wie du dich nennst du kannst doch einfach anrufen und einfach ganz normal mit SCP über Dinge sprechen der kann dir dann einiges zeigen weil uns die wir kein arabisch sprechen und lesen können sind die quellen verborgen verstehst du was ich meine und die muslime die arabisch sprechen können mit uns spielen verstehst du aber ich lasse nicht mal mit mir spielen das war mal das ist vorbei denn die wahrheit hat mich befreit und die wahrheit hat einen Namen jesus christus er hat mich aus dieser finsternis rausgeholt und ich bin der glücklichste mensch seitdem ich mein leben dem herrn jesus christus anvertraut habe ende ja wir möchten sehen wie die muslimen den islam verlassen habt keine angst also wenn der messias mit euch ist niemand kann gegen euch sein und gebt euer herz seinem namen denn kein name ist so kraftvoll wie der name des herrn jesus also wir araber haben den islam gemacht und wir araber werden ihn auch wieder zerstören und der messias hat uns mit weisheit bestückt also wir vertrauen nicht uns selber sondern dem herrn jesus ja also wenn ihr wissen wollt wie wunderschön der messias ist jesus christus dann könnt ihr das evangelium lesen und dann könnt ihr mal das vergleichen mit dem angeblichen propheten muhammad he can work in a sale agency in las vegas muhammad könnte als sale agent also als verkäufer in las vegas arbeiten to promote you know business for sex and etc but he cannot work as a prophet ja also er könnte quasi als jemand sein der irgendwas jemand andrehen will aber niemals als ein prophet let me try to be a prophet like muhammad lass mich mal euch zeigen wie muhammad war now as we speak there is somebody is watching videos on youtube now we are speaking yeah there is somebody is watching videos on youtube how i know that obviously i am a prophet ja währenddessen wir reden guckt sich bestimmt jemand videos on youtube an wie kann ich das wissen ja and look muhammad he knows even how the baby is made look at this how he knew that und der muhammad weiß sogar wie des babies aussehen it is a miracle this is a lord i mean who can das ist ein wunder wer kann sowas prophezeien all the scientists of islam they should right now the scientists of the world they should convert to islam alle wissenschaftler sollten doch zum islam convertieren guckt euch diese wissenschaftlichen wunder an you cannot deny actually do you know that muhammad he said the sperm stay in the belly of the mother for 40 days what asad can't he answer my question what your question asad you are a coward you don't even call us call us what your question what your question you will ask me what is the size of my shoes question you have a question you don't have a question look at this hadith here by the way guys amir he just run away because he heard that asad is going to call us unbelievable he left me alone all right look at muhammad those are hadith about muhammad explaining how the baby is created amazing amazing look at this look at this look at this the baby is created from a sperm and the sperm became a congealed blood that's knowledge that is knowledge all right read with me please how will you wait for Amir until he comes so he can translate what a madness what a madness you are in a form of a sperm inside your mother for 40 days that is a prophet of God how are you profiting you this discovery according to science you are or let us say the sperm first of all does not live more than maximum 5 days so how muhammad is a prophet of God claiming that he received this information from the angel jibreel he said that you are in a form of a semen the form of a semen for 40 days who is the joke here also sperma überlebt nicht mal 5 Tage und muhammad sagt wir sind in form eines spermas für 40 Tage do we have any muslim want to have a comment anyone who is a muslim want to explain to us why your prophet is saying such a stupid thing you can go right now searching google and you will find that this is absolutely false and it is truly truly a lie and by the way this is a sahih hadith how muhammad is a prophet of god yet he says such a stupid thing anyone no answer no answer what's wrong what's wrong with the muslims who is the muslim is a prophet the muslims they have tons of videos on youtube about how discovery how the quran described the creation of the baby look at them look at them amir yeah we receive a phone call from a doctor but this time not from japan he is from north korea north korea north korea his name is sing song sing and he said that the prophet said that you as a human you are gathered in the mother in the mother womb or the belly of your mother for 40 days as a sperm what the sperm is doing inside the mother for 40 days what is the sperm what is the mother for 40 days in the mother in the mother doing maybe the seaman is doing a cruise there he takes a course he is having a vacation there 40 days what do you think he takes a few rounds or something what do you think what do you think 40 days as a sperm I mean muhammad come on this is too much and then 40 days as a sperm and then 40 days as a blood and then 40 days as a flesh so the total is 120 days how did that happen abdul this is scientifically incorrect absolutely oh we have a call here it's alright we have it hello please listen to us from from skype not from youtube the caller please I think this is yeah salam I think it's salam alaikum hey bruder michael can you hear me I can hear you yeah I can hear you loud and clearly okay Also für alle Zuschauer, wir werden versuchen, Amir und ich, wir werden einmal in zwei Wochen, dass sie ein offenes Hangout haben, wo alle Muslime, wie ich werde auch Werbung machen und der Amir auch, wir werden live kommen und jeder ist eingeladen, von mir aus auch Imame oder wer auch immer, kann gerne reinkommen und wir werden gerne über diese Dinge sprechen, die Amir und ich, wo wir in dem Video euch diese Quellen dann auch zeigen. Und wenn ihr sagt, dass wir Hetzer sind oder die Quellen daiv oder schwach sind, dann müsst ihr uns anhand der Quellen, ja, in den Stream beweisen, dass wir falsch liegen. So, einmal in zwei Wochen werden wir das dann so machen, dass unser Hangout offen ist und jeder kann gerne reinkommen und Amir und ich, wie gesagt, wir werden dafür Werbung machen. Wir haben, Bruder, ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen, ich möchte euch jetzt nicht weiter stören. Danke, Bruder, nein, du störst niemals. Der Herr segne euch und ich bin jetzt gerade auch wieder da, also ich bin manchmal weg, manchmal so und es ist leider traurig zu sehen, dass Muslime, ja, ehrlich gesagt, sehr feige sind. Nee, nicht nur feige, das hat auch sehr viel mit Angst zu tun, Bruder, weil sie wissen, wenn sie denn dort jetzt diese Sachen eins zu eins mit ihren eigenen Augen sehen, dann löst das ihnen etwas aus, was sehr, sehr schwer auch für sie, für ihren Glauben auch ist. Weil sie müssen ja den Islam verlassen. Den Islam zu verlassen heißt ja nicht nur, dass man einfach irgendeine Religion verlässt. Das heißt, wenn du kein Muslim mehr bist, dann hast du deine Identität auch verloren, gleichzeitig mit. Das ist sehr schwierig für einen Muslim, seinen Glauben aufzugeben. Er weiß, dass sich katastrophale Sachen in seinen Quellen befinden, was er auch nicht akzeptiert in seinem Herzen, aber dennoch aus Zwang und nicht diese verletzerische Art gegenüber seinen Verwandten und sowas an den Tag legen möchte, bleibt er dennoch im Islam. Weil es lebt sich komfortabel mit der Lüge, denn die Wahrheit ist ja unangenehm. Verstehst du, was ich meine? Ja, das Ding ist, was ich denke auch, Bruderherz, kannst du mich hören, Bruder? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Ja, mein Bruder, weißt du, ich sehe einfach nur, wie oft die mich herausgefordert haben zu einer Debatte oder dich oder mich, wurde jedes Mal, wenn ich auf Hengort gekommen bin, mein Bruder, und jedes Mal absage, so weißt du. Es geht nur darum, liebe Muslime, es geht wirklich um euer ewiges Leben. Wir wollen, es ist hier wirklich kein Witz, der Jesus Christus macht keinen Witz draus, ja, und euer Ander macht auch keinen Witz draus, ja, das ist ganz wichtig, dass ihr wirklich, wenn ihr uns eine Debatte herausfordert, dann müsst ihr auch für die Sache stehen, ja, und was ich damit sagen möchte, heute war ich auf der Straße, mein Bruder, ambitionieren, war sehr gesegnet, und ich konnte erleben, wie einer sich auch bekehrt hat. Halleluja. Und wirklich sehr gesegnet, und da war ein Muslim, es war ein Türke, und er kam mit seinen Kindern, und ich habe ihm alles erzählt, mein Bruder, und er wusste genau, was ich gesagt habe, er sagte, weißt du, Bruder, er hat mich auch Bruder genannt, so weißt, aber ist ja nicht schlimm, er meinte, Bruder, weißt du, desto tiefer ich im Islam gehe, desto mehr habe ich Angst, weil er weiß, wovon ich gesprochen habe. Ja. Habe ich gesagt, nackt bist du geboren, und nackt wirst du sterben, so sagt das hier, Ayub, in der Bibel, sagt das, und du wirst nicht deine Familie. Deswegen, lieber Zuschauer, lieber Muslim, es geht hier nicht, dass wir euch auslachen, oder ihn euch beleidigen, das ist ein ernstes Thema, und wenn ihr wirklich euch schämt, oder sonst was, dann schreibt doch Christian Prinz oder Amir privat einfach an, ja, und fragt ihn einfach höflich, Prinz, kannst du mir bitte mal die Quellen sehen? Das ist gar kein Problem, aber halt auf, euch selber zu belügen, weil das sind Quellen, die Quellen, die selber aussagen, das ist Sahih, das ist nicht Sahih, und dann muss man wirklich, ja, schauen, okay, Moment mal, wenn das wirklich Sahih ist, dann gehe ich mal zu meinem Imam und prüfe das. Aber nicht sofort beleidigen, wüten und hetzen, weil euer Leben ist nur einmalig, ja, und auch mein Leben ist nur einmalig, und am Ende entscheidet Gott, und Jesus sagt ganz klar, jetzt ist die Gnadenzeit und nicht in 100 Jahren. Ja, liebe Geschwister, liebe Brüder, der segne euch, ja. Amen, okay. Tschüss, Tschüss. Tschüss, Bruder. Ja, sehr schöne Worte vom Bruder Michael. Wir wünschen ihm natürlich Gottes Segen, der Bruder ist immer auf der Straße und predigt das Evangelium den Menschen. Es ist sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil viele betiteln ihn ja auch als Spinner, aber das macht ihm ja gar nichts aus, denn sein Fokus ist auf den Herrn und das ewige Leben. Warum machen wir überhaupt diese Livestreams überhaupt? In erster Linie, um den Muslimen zu zeigen, dass in ihren Quellen etwas nicht stimmt, und ihnen auch auf diesem Weg ihre Augen zu öffnen, ja. Der Herr benutzt unsere Leiber, um die finsteren Werke des Islams aufzudecken. Und das ist auch gut so, denn die Muslimen wurden getäuscht von dem besten Täuscher aller Zeiten, Allah. Er selber sagt, ich bin der beste Täuscher, also ich brauche, wenn ihr sagt, hör auf, über meinen Gott so zu reden. Und Allah sagt doch selber in Zorot 3, Vers 54, dass er der beste Täuscher ist. Also von daher brauche ich auch gar nicht Allah so zu nennen, weil er nennt sich ja selber so. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Livestream wieder gewesen. Ich hoffe natürlich, dass sich hier drunter jemand befindet, der sich wirklich Gedanken um seine Ewigkeit macht, ne. Weil sterben werden wir ja. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sterben werden wir alle. Nur was kommt danach? Was passiert oder was geschieht mit uns? Und die Bibel hat eine klare Antwort, was mit uns passiert. Entweder ewiger Himmel oder ewige Hölle. Das sind nur die zwei Optionen. Möchte jemand hier anrufen auf Skype, auf Debate TV, auf Christian Prince seinen Account und für eventuell noch ein bisschen diskutieren. Wenn nicht, dann beende ich jetzt gleich den Livestream. Und wir können noch ein bisschen miteinander Bibel lesen. Also den letzten schönen Vers für die Menschen dann posten. CP, CP, do you want to tell the people something else? Then when not, I'm quitting the Livestream. Yeah, I am making tea as an execuers to run away from the Muslims who will call us. Well, nothing, you know, actually I wish that today people, they learn something good for their benefit and for the benefit of the Muslims and the Christians. And, you know, all you need to remember that everything we share is shown in the screen. We said nothing of our own. It is there in front of their eyes. And there is no fabrication. There's no lies. It's in front of you. It's a video, it's recorded, you can play it again. You can check the reference and you can check by yourself that this is nothing but the truth. Ja, also ihr könnt das Video, also alles was wir sagen, haben wir euch auch am Screen gezeigt, so dass ihr nicht sagen könnt, dass es eine Lüge wäre, weil das sind aus euren Quellen und es liegt an euch daraus, zu euren Imamen zu gehen und sagen, was soll das, was ist das, was hier als authentisch befunden wird. Und deswegen solltet ihr wirklich den Islam in Frage stellen, weil es geht um eure Ewigkeit. Der Herr Jesus wird einen kurzen Prozess mit euch machen, wenn ihr ohne ihn in den Tod geht. I tell them, Jesus makes a, what it calls, shortcut with you when you're going in the, in the death without him. In the death without him. Und dann, remember, that all, you need to remember, that Christ, he taught us to be honest, truthful. Even we are not allowed to take an oath. Either we say, yeah, yeah, or no. No, no, yeah. So how we will lie, because if we lie, that means we are no Christian. And you are not serving Jesus, then you are serving the devil. Jesus made it clear, you don't even take an oath, because people who take an oath, simply, there are people who lie all the time, and now they want to prove that they are truthful. We cannot do that, for we are, we have to be truthful. And now, remember, we are talking to Christians, not only to Muslims. So what, we will be truthful to Christians, but we will not be truthful to Muslims. We will be truthful for everybody. Ja, wir sind zu jedem ehrlich, weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, seid ehrlich. Und wenn ein, ich sollte nicht schwören oder auf irgendwas, ja, also schwören. Wenn euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein, ein Nein. Das sagte der Herr Jesus. Und wenn wir unsere eigenen Brüder nicht anlügen, dann lügen wir auch erst recht nicht andere Menschen an, weil wir sollen unseren Nächsten lieben. Und so ist es da. Siehst du, der Herr Jesus Christus bringt uns sowas bei? Und so ist das auch. Ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Muslim, weiß ich nicht, Taqiyah anzuwenden, oder was ist das? Sowas gibt es nur im Islam, diese Vortäuschung. Sowas kennt das Christentum gar nicht, oder die Bibel, Vortäuschen. Taqiyah, the Bible doesn't know this. Taqiyah is again, the second you to Taqiyah, you go to hell, you don't belong to Jesus. That's it. Dann taqiyah anwendest, gehörst du gar nicht zu Jesus. Dann taqiyah anwendest, gehörst du gar nicht. Aber weil die Muslims so sneaky, die sagen, oh, look what Paul said in Romans. Was he sagt? I, 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 I'm, the lie that I'm told, I don't know. You know, what he said, if what I told is a lie, which is appraising God, how this can be a lie? That's what he's saying. You are accusing me of saying lies. But my lies is not for my glory, is to praise God. If this is a lie, this is stupid of you to say this is a lie. I'm not lying about my, I'm not saying I am God. I'm not saying I am wonderful. I am saying God is wonderful. So how that can be a lie? That's what he's saying. You see, the Muslims, they should be honest with themselves. You need to understand the Bible as we Christians believe in it. And this is what we do. Like when I explained that the woman, she had a sperm connect in the back bone or from the ribs. Did I say this is what it means? No, I want to the Muslim website, to the scholars, and I show them what it means. So why the Muslims don't want to do the same? Because they are being hypocritical. That's what we believe. And Christianity is what the Christians believe, not what they believe. This is our book, not their book. Same as Islam. Islam is not what we believe. It's what Muhammad taught and what the scholars teach. And that's what we do. We show them what it says. Yeah, be honest. Bruder, weißt du, was mir noch aufgefallen ist bei dem Vers, den wir am Anfang über das Frauen schlagen gelesen haben? Surah 4, Vers 34. Die hatten wir am Anfang gelesen. Und hier steht, und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Jetzt steht aber hier nicht, wenn die Frau widerspenstig wird, sondern wenn die Ehemänner das befürchten. Also nur, wenn man das befürchtet. Genau, das heißt, die Befürchtung, wenn der Mann also falsch lag mit seiner Befürchtung, dann hat er der Frau zum Beispiel eine gedonnert und das hat große Schäden hinterlassen. Und die Befürchtung war falsch, aber der Schlag ist gerechtfertigt, weil er hat ja befürchtet, dass sie widerspenstig ist. Also nicht der Akt selber der Widerspenstigkeit, sondern alleine schon der Verdacht, dass der Mann, und wie viele Männer können theoretisch einer Frau sagen auf der Straße, du hast diesen Mann angeguckt, oder du hast dies und das gemacht, oder ich befürchte, du machst dies und das. Und dann haben die Männer also einen Freifahrtschein, die Frauen zusammenzuschlagen, zu schlagen, nur aufgrund der Befürchtung. Und das ist katastrophal. Das ist noch katastrophaler als der Vers an sich, denn allein schon die Befürchtung, das heißt, jeder Mann hat die Rechtfertigung dafür, Freifahrtschein. Ja, das habe ich auch in meinem Video gesagt, der Schlag der Frau. Und damals haben die ja die Frauen mit diesem riesen Meswak, das waren ja diese Bambusstücke, und daraus wurden dann kleine Stücke erst hergestellt. Aber es war ja vorher ein riesen Stück, woraus diese kleinen Stücke hergestellt wurden. Und damit darfst du die Frau züchtigen. Deswegen habe ich auch einen afghanischen Typen eingeblendet, der vor den afghanischen Leuten die Scharia anwendet, Surah 24. Das war eine unsüchtige Person gewesen, diese Frau in Burka, die wurde erwischt. Und Allah sagt ja im Koran, verpasst der Unzüchtige und der Unzüchtige hundert Peitschen. Ohne Gnade. Ohne Gnade, direkt aufpurgeln. Und da hat der Typ, der das vollzogen hat, das war ein richtiger Muslim, der sich nicht schämt. In Afghanistan wird der Islam praktiziert. Was denkst du, in Iran wird der Islam praktiziert? Was denn? Surah 24, Vers 1. Surah 24, Schlag auf, Vers 1. Peitscht die Unzüchtige. Peitscht die Unzüchtige, ja. Und die Unzüchtigen. Hab ich doch gar nicht gesagt. Die geben den Fall jeweils mit 100 Peitschenheben aus. Mit 100 Peitschenheben. Und lasst euch angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht vom Mitleid mit den beiden ergreifen. Ja, also ihr solltet nicht mal das Mitleid haben mit den Leuten, die auf einmal wegen ihrer sexuellen Bedürfnisse gefallen sind oder was und mit anderen Partnern halt Sex hatten oder was. Ja, sollst du schön mit Härte draufschlagen und nicht, ähm, ja hier. Das hat alles nichts mit Gnade zu tun. Ja, so ist das. Okay, someone wants to leave Islam. Who is the one who wants to leave Islam? Okay, Kiki. Do you want to call here? Okay, Mehmet wants to leave Islam. Okay, okay. Halleluja, praise the Lord. Und ich wollte gerade den Livestream beenden. Someone wants to leave Islam. His name is Mehmet. Halleluja, thank you, Lord. Amen, amen. Amen. Okay, also ruf an. Call here. Call here on Debate TV, please. Ja, ich habe das gerade eben gesehen, also ich habe jetzt nicht die Kommentare mir angeguckt, sondern es ist ein Screen bei mir aufgegangen, in welcher eine Person mir gerade geschrieben hat. Ich grüße dich, Lodi Lein. Ich habe das gerade eben gesehen, dass du geschrieben hast. Und ja, Gott sei Dank. Someone I know called me over WhatsApp. And this is why I say the message, you know? And now I look in the commentaries and I saw the guy who wants to leave Islam. That's wonderful. Call us, our friend, call us. Ja, Carlos, Mehmet. Wo bist du, Mehmet? Wo bist du, Mehmet? Komm. Ja, ich weiß es nicht. Kann jemand nochmal den Link von dem Bruder seinen Skype posten, bitte? JesusTV, wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Mehmet? Just leave it, Dennis, for now. Ja, okay. When he doesn't have Skype, how we can call him or how we can talk to him? Ja, was sollen wir denn machen, wenn wir jetzt keinen Skype haben? Wie soll er denn anrufen? Ah, okay, Mehmet. Wie willst du denn live kommen? Ja, I have Play Store on my phone. Ja, but with, also mit Hangout, mit Handy funktioniert nicht. Ich habe keinen Laptop. Das ist das Problem. Also, ich frage einen Freund, wie ich das mache. Einen Moment. Okay, Mehmet, wir warten. Sei heute du auch der Glückliche, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Ich bete für dich, mein Lieber, dass du dein Herz dem Herrn Jesus Christus übergibst und zum Glauben an den lebendigen Gott kommst. Denn wenn nur einer sich aufmacht, um Buße zu tun, ist besser als die, die sich 99, die sich nicht der Buße bedürfen. Ja, da freuen die Engel sich im Himmel, dass ihr Buße tut und euer Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass der Mehmet heute sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergibt. Gestern war es der Fadi. Heute, so Gott will, wird es der Mehmet sein. Oh, hey, Jesus Christus, bitte öffne sein Herz für die Wahrheit. Ja, lad mal bitte Skype runter, und dann ruft mal bitte sein hier an. Und dann können wir miteinander reden. Ja. Ja. Schau, was Assad hat gesagt. Ich glaube schon, ja. Assad hat gesagt, Christian Prinz, ich frage dich, wenn du deinen Sohn möchtest, bist du? Ja. 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 Jesus asked me to do something always Jesus he asked me to do something which is good even when God he asked Abraham he did not let him kill his son he was testing Abraham to see how much his obedience however did God ask Abraham really and he let him do kill his son no for God he love Abraham and he love his son and this is exactly what happened to us God himself he came to save us he don't want your son and my son and me and you to be killed he want us to survive so you have a wrong understanding of what what God request God don't request people to die for his sake he loves us and he can do better God if he's almighty he do not need the son of Abraham to die and he do not need your son to die only your God he need that same time you said to me if Jesus says to you beat your wife are you going to beat her first of all you are assuming that my Jesus is an idiot like your that is not possible my Jesus already told me to love my wife to respect to my wife to sacrifice myself to my wife so how in the world you are asking me something so stupid to the point saying if Jesus said to you beat your wife how you assume because the second you say that you're assuming that my God is a stupid like your God this is not my God my friend this is only can happen in Islam women in Christianity she is not an animal she is not a goat she is a human being and God created Eve from the ribs of Adam she is from him and actually God he said Adam and Eve they are both called Adam which mean the man and the woman they both call Adam in the Bible so you are assuming things asking questions are stupid by nature and that explain I explained why to you because you are a follower of a stupid prophet who says stupid things so your prophet he said to you as an example sacrifice yourself to Allah do jihad while you are sitting at home because simply you are a coward and you don't believe in the virgin otherwise you will go and join the mujahideen but because you are a coward and you don't believe in Islam and you don't believe in Allah you will not do so so Jesus said to me go and preach the gospel and all those who preach the gospel all the apostles they are being crucified and killed and yet they do it and we will do it and now we are risking our life to do it so you are asking me to kill my son why I want to kill my son I give my life to my Lord my son if he decides to give his life this is his decision for us as Christians we have a duty to save you and to save everybody and that involves risking our life but we don't go and throw ourselves in death and say this is what Jesus said Jesus never said that apostle Peter Paul all the apostle they gave their life being crucified they've been fed to the animals and yet they never give up Jesus you did that the same thing in my unbelievable see it's like we are we are we are we are we are we are connecting yeah very I don't even know what 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 brother Amir he was saying and it's exactly what because of the love to Jesus they gave their life away but not because he forced us no not because he said no he didn't say to us go and kill yourself he never say go and let them crucify you he said to be loving giving a real Christian who helped everybody and that message need someone who is willing to sacrifice sacrifice yourself and this is what Christ is about you see your Isa is not Jesus for sure because your Isa is a coward according to the Quran Isa he asked Allah to help him and then Allah he sent him the ambulance and he took him to the seven heaven and he made someone look like his father one look like Isa so he can save Isa what kind of Isa this Isa is imagine imagine you have a captain in the army and the captain he says who want to take my look okay imagine you have imagine you have a captain stell dir mal vor du hast einen Führer da in the army in the army and supposedly he is the most powerful hero and he is the most powerful hero and he is the most powerful hero and he is chosen even by God to lead the army and he is chosen even by God to lead the army and he is chosen even by God to lead the army and he is chosen even by God to lead the army and then this hero he asked the soldiers and then this hero he asked the soldiers and then this hero he asked the soldiers who want to wear my clothes so the enemy will kill him instead of me Wer will meine Sachen tragen damit er anstelle von mir getötet wird Ist das ein Held oder ist das ein Feigling Ein wahrer Krieger würde in der Armee dienen und an der vordersten Front sein Er würde nicht die anderen fragen um für ihn zu sterben Er würde für die anderen sterben Und das ist unser Herr Jesus Nicht dieser Feigling Issa oder der andere Feigling Mohammed Und der sagt zu einem anderen Muslim geht und führt Krieg und er selber war immer im Hintergrund Wenn Mohammed doch in Jihad glaubte Und der Mujahedin der stirbt und diese ganzen sinnlichen Sachen Warum ist der Mohammed denn nicht als Mujahed gestorben Er ist nämlich im Bett gestorben wie eine Ratte Von Wurfen giftet Von Wurfen geftet Von Storin goat von a Jewish woman Und in der Narration, brother Ist das true? In der Narration, die Chicken speak to Mohammed No, the goat The goat But nobody here except Mohammed But he ate it But Mohammed, he ate it And after he ate it He got the poison And one of the guys He cut his throat So the poison will go out You know, when you get poison So what they do They make you bleed And because the poison Entered from here So right away He insert a little knife Inside his throat Here in this area And Mohammed will bleed And then they tie it up And this is all an Islamic reference That's why he said I feel that my order Has been cut off Because this is where the poison It was so painful Yeah, the poison came down All the way here And that's why he feel in this area You know, poison There is no way to repair it Because it destroy the organs Whatever it touch Maybe you survive But still whatever Like, you know If the snake Bites a certain place That place is damaged But maybe you survive This is why you see someone He was poisoned By a very powerful poison Maybe he survive But he will not be able to walk Because the snake Bites him in this area You know In his legs In the bend So Mohammed is saying clearly That he died Because of the poison And this is explained to us That Mohammed again Is not a prophet Because he asked the women Why you did that? She said Well, I said to myself If you are a prophet of God Allah will save you Also in der Geschichte Geht es ja darum Dass der Mohammed gesagt hat Warum hast du mich denn vergiftet? Und die Frau hat zu ihm Ich wollte sehen Dass du ein Prophet Gottes bist And if you are a false prophet Und wenn du ein falscher Prophet bist Allah will not save you Allah wird dich nicht retten And here we have a question To the Muslims As long as we reach this point Und wenn wir jetzt gerade Diesen Punkt aufmachen Why Allah saved Jesus But did not save Mohammed Warum hat Allah Jesus gerettet Aber nicht Mohammed? Obviously Mohammed Is not important Also ist Mohammed nicht wichtig Maybe because he is an Arab Like me Vielleicht ist er deswegen Weil er ein Araber ist Wie Christian Prince And because Isa is a Jew Und Jesus ist ein Jude Ah Allah he liked the Jews He don't like the Arab Vielleicht mag Allah die Juden What a racist God Was für ein rassistischer Gott Look what Mohammed He said Flip the page please Okay Ich drehe wieder die Kamera um Damit ihr die Beweise seht Wir reden nichts aus uns selber aus The prophet in his element Which he died He used to say He used He used what? To say To say what? Used Remember with me The word used Which means This is something He repeat always 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 This guy is suffering Too much In the element of death Which means This is when he died He used to say Oh Aisha I still feel the pain Caused by the food I ate at Khaybar And at this time I feel as if my order Is being cut up by poison So why Amir? Why Allah saved Jesus From the Jews Allah did not save Mohammed from the Jews Because Mohammed Is not important Because Mohammed Is a false prophet Maybe 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 because Mohammed Is fake Maybe because Allah is fake too Maybe Allah did not Save Jesus And the whole story Is a fabrication Because if this is the same God If Mohammed Is a truthful prophet Then the same God Should save both But Mohammed According to Muslims He is the most important prophet So you save Jesus But you don't want to save Mohammed Ja wenn Mohammed Doch der wichtigste Prophet im Islam ist Und ihr ihn so sehr ehrt Und der letzte Und der beste Mensch Sadr Al-Amin Wo war Allah Um seinen besten Und liebsten Habibul Allah Zu beschützen Und zu retten Er hat ihn vergiften lassen Von einer Jüdin Deswegen sage ich Muslime Ihr spielt mit eurer Seele Ihr werdet ein böses Erwachen haben Wenn ihr in den Tod geht Ein sehr sehr böses Erwachen Wenn ihr nicht noch Schleunig aufwacht Und euer Leben Dem Herrn Jesus Christus Übergibt My friend Mohammed Even if you are Unable to call us My friend What about you post In the text That you accept Jesus Ja Mehmet Can you do that Wenn du nicht in der Lage bist Jetzt uns über Skype Anzurufen Dann poste doch im Text Was du über Mohammed Jetzt denkst Über die islamischen Quellen Und dass du den Islam Verlassen möchtest Ist doch Ist doch okay Also du kannst die Gelegenheit nutzen Und hier im Kommentarbereich schreiben Dass du offiziell kein Muslim mehr bist Und dass du gerne Den Herrn Jesus Christus Als dein Herrn und Heiland Akzeptieren möchtest My friend Mohammed You might not live Until tomorrow Me and you We don't know We might live Until tomorrow We might not You better accept Jesus So he can be saved Ah he said He downloads Skype Okay We are waiting for you Maybe we can make some other topics open Here Nochmal Hier holt euch bitte die Bücher Von Bruder Christian Prince Allas Täuschung Das sind die zwei Bücher Die zusammen ein Buch eigentlich ergeben Aber Der hat das lieber in zwei Parts Dann geteilt Und ich lese euch mal ein bisschen Was aus seinem Buch vor Mal gucken was ich so hier finde Was Wie heftig dieses Buch eigentlich ist Mit wie vielen Referenzen Das Buch bestückt ist Und wie viele gute Gedankengänge Sich in dem Buch befinden Das ist einfach nur Dem Herr sei Lob und Dank Dass wir so eine Waffe In unserer Hand bekommen haben Mal gucken welches Kapitel ich aufmachen kann Und wir darüber reden Ja genau Seite 9 von dem Buch Wissenschaftliche Koran Wunder unter der Lupe Das Kapitel heißt Allas Plan gegen dich Hier schreibt CP In Allas Täuschung Behandelten wir bereits Wie der Islam Zum Thema Schicksal steht Aus Allas Täuschung Zitieren wir diesen Abschnitt Das Schicksal im Islam Anschließend wird von einem Engel Die Seele in den Körper Des Babys eingehaucht So kann es sein Dass ein Mensch Die Werke der Leute Des Himmels tut Und dass der Himmel Nur eine Armlänge Weit von ihm entfernt ist Dann setzt ein Was der Engel für ihn schrieb Und der Mensch beginnt Die Werke der Leute Des Höllenfeuers zu tun Und gelangt ins Höllenfeuer Auch kann ein Mensch Zunächst die Werke der Hölle Verrichten Und wenn der Engel Es so für ihn Aufschreiben musste Wird der Mensch Sich ab einem bestimmten Punkt Ändern Und die Werke der Leute Des Paradieses verrichten Und gelangt so ins Paradies Aus Sahih al-Bukhari Buch 55 Hadith 549 Und in Sunan Abu Dawud 4708 Buch 41 Hadith 4691 Der Grad des Hadiths Ist von al-Albani Authentisch eingestuft worden Und jetzt schreibt der Bruder Christian Prince Ich denke Mohammed Liefert hier die perfekte Antwort Alles was du tust Entspricht Allas Willen Es spielt keine Rolle Ob du dein Leben Nun als guter Oder als böser Mensch Geführt hast Letzten Endes Wird dein Dasein Und stellenwert bei Allah Nicht von deinen guten Oder schlechten Werken Bestimmt Sondern von dem Was für dich Als Schicksal Im Voraus geplant Und aufgeschrieben worden ist Das ist in einer Der vielen Aspekte Dieses Glaubens Die blankem Wahnsinn entsprechen Wie bitte kann man Allah noch trauen Nachdem man das gelesen hat Wo liegt hierin Die Gerechtigkeit Was bringt es zu beten Für wohltätige Zwecke Zu spenden Oder Gutes zu tun Wenn Allahs Befehl Doch lautet Die Christen Hindus Buddhisten Und Juden Zu töten Am Ende kommt es nicht Auf das an Was man tut Sondern auf das Was Allah will Und was sagt Unser Herr Jesus Denn so sehr Hat Gott die Welt geliebt Dass er seinen Eingeborenen Sohn Gab Damit jeder Der an ihn glaubt Nicht verloren geht Sondern ewiges Leben hat Wir kommen zu dem Schluss Dass Allah Im wahrsten Sinne des Wortes Ein kranker Gott ist Der Ein kranker Gott ist Der unter geringem Selbstwertgefühl leidet Er ist launisch Unberechenbar Und voller Zorn Niemand kann Oder könnte ihn verstehen Seine Taten basieren Auf Selbstsucht Und Eigeninteresse Wir sind Opfer Seiner Täuschung Was mir verrät Dass er niemand Geringeres als Satan ist Der sich hinter Dem Namen Allah versteckt I read in the chapter Of Allah's plan Against you Because Your destiny Is actually written Your fate is written Yeah That's why Muslims Are fasting Praying And go to Jihad When Allah Is writing down That you're going It's even hell Why you want to even pray When I do Hajj When I do Sakat That's all written Your fate is written What kind of religion is written I don't know I don't know I don't know If I give Sakat I don't know I don't know I don't know And he was preaching And he was preaching the gospel Teaching to everybody Telling everybody about him And about what is coming My time did not come yet This is what Jesus said So when his time comes It is time This is why When the Jews They came Or the Romans They came to arrest Jesus Jesus He knows He told his followers That tomorrow Before the rooster Make the sound You will deliver me He can't run He have 24 hours At least to go And take a horse And run away To different country But he stayed there He know exactly Even who is going To deliver him Even he told Peter That he would deny me He knows exactly He can read your mind He can read the future For he is God Can you tell me How Jesus knew What would happen He knew what would happen Yet he stayed It is your prophet Who is a coward And he is a fake prophet Proven by this By the way Remember Today actually I made a broadcast And I talked about The same topic The Quran says That if Muhammad Is a false prophet Allah will cut his artery Allah will cut his artery So look what the Quran says And this is your Quran Switch the screen please Okay, I'll change the display This is the chapter 69 Verse number 46 Translate please Make it in German 69, 46 It says Read it from the beginning Okay If Muhammad is lying This is what the Quran Allah is saying supposedly If Muhammad is lying In fabricating Quran Allah will cut his artery He will cut it off Who is saying that? Allah Also Allah sagt hier Wenn der Muhammad Etwas Falsches erdichten würde Dann würden wir ihn An seiner rechten Schlagader Also wir würden die rechte Schlagader Durchtrennen Allah did not mention That he will cut his nose Allah did not mention He will cut his finger Allah he mentioned Specific thing He will cut his artery And look what happened In the Hadith Allah According to the Hadith His quarter His order Is cutting off Also laut dem Hadith Hat Allah ihn dann Für falsche Aussagen Bestraft Und ihn dann Elendig verrecken lassen Durch Gift Und seine Schlagader Wolle durchtrennt Can you explain to me How this happened? Könntest du mir erklären Wie das passieren kann? Muhammad in the Quran His God said If Muhammad is a liar If he is a false prophet If he is inventing words Claiming it is from God I will do this to him And this is exactly What happened to him How do you explain that to us? Also Allah sagte Selber im Quran Wenn Muhammad Uns Sachen erdichtet hätte Dann würden wir ihn durch Gift Also Ihn vergiften lassen So dass er Dass seine Herzschlagader Durchtrennt wird Also Allah sagt ja schon selber Das Kriterium ist ja schon da Wenn er ein falscher Prophet Ist Dann bringen wir ihn um Und zwar so Dass er vergiftet wird Und seine Schlagader Durchtrennt wird Dann packen wir ihn an die Rechte Und durchtrennen seine Herzschlagader The Muslims have all kind of Funny, stupid stories They try to defend this And they believe in Stupidity And this is in the front of us This is a funny story And now Do you believe in it or not, Assad? Who is a Muslim here He don't believe in this Hadith? Who is a Muslim He don't believe in this Hadith? Welcher Muslim Glaubt denn nicht an diesen Hadith? This is in Al-Maghazi Yeah, but we can find it In many places I mean, it doesn't matter really No, it's in Sahih al-Bukhari But this is Sahih al-Bukhari The book is Al-Bukh al-Maghazi In Sahih al-Bukhari Maghazi This is Sahih al-Bukhari By the way, I'm going to change The name of the book of Sahih al-Bukhari To call it Sahih Zakir Naik Any objection? Or we will make it Sahih Brother Amir Yeah Because you claim that We are fabricating the Hadith So we have to give it a name You know, I mean Sahih al-Christian prince Do you think Muhammad was lying here, Asad? That he did not die by poison? Do you think he was lying? Look what he said CP, can't you read? That's a non-secure Secure What? What's it? Secure What does that mean? Secure What does that mean? I said, what does that mean? What not? You're a prophet, he died by poison And he is the one saying that What is your response? Maybe he will say the Quran is daif Maybe he will say the Quran is daif Maybe he will say the Quran is daif But Aisha, she is exposing Muhammad and witnessing everything Wow Didn't he say they are stupid women are stupid? And look how hypocrite the Muslims They say women are stupid and they are not allowed to witness But Aisha Just because Aisha, she is the most beloved baby wife for Muhammad Whatever she say, they take it as if she is God Yes She is the only wife that has so much power She went in war with Ali and so on Yeah, she wanted to kill Ali And Ali, he won the war But he was nicer than her He did not kill her She caused the death of more than 10,000 Muslims Yeah, she is a criminal She is a war criminal There is a movie made by the Muslims About the Muslims fighting over the poop of the camel of Aisha No I am telling you In the movie Actually, I made a video about it The Muslims, they fight over She was standing in the camel And the camel started doing poopoo And then the Muslims, Abdul They went between the legs of the camel And they started fighting over it And they sniffed And one of them sniffed He said Please be to Allah, it smells so good I mean, that is so beautiful I mean, this is a true religion This is a true religion, my friend I mean, there is no religion in the world To have such a thing This is Islam, my friend This is the most amazing Abdul religion Oh, yeah For Allah My brother Muhammad Are you going to call us, my friend? Mehmet, who is to Mehmet? What happened to Muhammad? Maybe the devil is trying to stop him from point Brother, how did you become a Christian? Brother, please do an English version I have my What is it? What is this in English when I tell about the people who I came to Christ? Your testimony My testimony My testimony is in my account Exmuslim mitlern auf TV In YouTube On my channel But a brother Maybe a brother of mine will translate it into English I say to him It is most powerful testimony Because I have a big story to tell And it is very hard for me to explain it in English Because I do not speak English every day But when I speak English every day I learn it more And it became better to speak But now I have to try to explain it to you In a short way I was a criminal guy Who became from the court Five years of jail And in these five years of jail I had a journey It means journey? A journey, right? Yeah I make a journey To whole jails To 13 jails Or 14, I do not know And in this time in jail I ask myself What will happen when I die And where will I get When I go to eternity What is my end? Where is my end? You know And with this question in my mind And so around I ask Allah for forgiveness of my sins And I am going to the Islamic lessons And it was very good for me to sit down with the Muslims there There was my brothers there I love them And I love him today I love him very much You know When I see them I hug them And I don't have a problem with them My only problem is the teaching of Islam Because With my truthfully heart I I was a person who Ever I was a person I've been a person Who loved the truth And I don't like when somebody lies to me When I realize that somebody lies to me I have to Check it out You know How to explain it When someone Like Imam Is lying to me If it's true or not Yes, yeah When I'm asking him What about these terrorist groups Yeah Why are they killing for Allah's sake? These are These are terrorists or these are Muslims? Yeah Yeah And then I ask him I find out that he's lying to me Because he's ashamed of his religion And I So he was saying This is not the teaching of Islam? He said Such a garbage Like this is not Islam And this has nothing to do with Islam But this guy And he teached me And he said to me He said to me Go and read Surah 532 When someone killed A man Is sold Like he killed all human mankind Right But this is This is for the Jews Speaking to Moses To Moses, yes And the interpretation of it If you kill a believer Believer, yes Such stuff They always lie to people about And I'm telling you All the guys Who's now In the English speaking Backgrounds I met a guy In the jail And he was One of my best friends there He called himself Wahhabi And he says Wahhabi Islam is the truth Islam And I I told to myself What is Wahhabi? What is What is this Called or sect in Islam? And he said We were working together In jail And he Some Some guy Is working with us He was a Yazidi guy And he told to me Amir Do you see this Yazidi guy? When you kill this Yazidi guy Do you know Which What Allah Will give you For reserve? Allah Gives you Everything that you want He loves to see That This guy Is killed Look at this guy What he tells me Allah is happy When you kill this Mushrikin It's called Mushrikin In Arabic Because He's filthy In the Yazidi people And so on and so on I question my faith And And I was very confused About Islam And I hope It was a Little tiny Thing That I explained to you I hope my My brother will Translate my whole Testimony That I can spread it on Maybe on CP his channel That That It is for Muslims In America To wake up Or in England Or in The whole world You know You know Sometimes Bad things happen For good Here we go You went to jail But Instead of being lost Inside the jail Like when you were free You did not find Jesus But when you are in jail You were Able to To Correct yourself And choose the right place So Sometimes Bad things happen They look bad For a good For a good reason For you know Here we go You know You are a new person now New And all of us All of us There is no human being You know There is many people They do bad things in their life But the difference between them And between someone in jail That this one People Know about what he did So he go to jail But there is many people They do crimes And nobody knows about them And there is many people Who do bigger crimes And those are staying away from jail And nobody knows about them And people even praise them in TV However The Messiah always He changed the life Of many Paul himself Paul himself He was a murderer He used to go after the Christians To kill them Like ISIS So Yes So Paul Look who was Paul And look what He become He used to be He used to be Going after people To kill them Just because they believe in Jesus And then himself He gave his life to Jesus Amen So You know This is why we say The Messiah He changed lives And Muhammad He changed lives too But Muhammad He take your life Jesus He gave you a new life He gave you a new happiness Like Now if you see Amir You know He is a very nice person I met him For the last few days He is a wonderful Old Actually the brothers They are in his church They are wonderful people They go in the street Today I saw his brother And another brother From the church And I am talking about His brother Literally his brother From his parents Standing in the street Giving Flares to people To learn about About the Messiah To learn about false teaching This is how good people are Those are really Christians Those are not fake Those who they are The one who stand in the street Go everywhere And now look He is an ex-Muslim He is Risking his life To save you So And you know Actually He is Sacrifying more than me You see I go and teach But I don't want to stand In the front of the camera Because that will give me More freedom To go to all Islamic countries And nobody knows who I am This is the real reason I can go to more To Saudi Arabia And nobody knows Who is a Christian prince I can stop in a police station And I can Put my passport And the Muslims Will not refuse me From entering the country But if they know I am a Christian prince I will never enter the country For a second I can fly tomorrow To Turkey And nobody knows Who is a Christian prince This is the advantage But Yet Amir He has a different plan He is standing in front of you Spending his time Going in the street With his brothers Doing what he can do Working hard in the church And all is for one purpose Is not Not his own Nothing for his glory This guy I saw his car He have an old car He is not a rich man You might think Amir is a He is a You know I look at his car Like You know He have an old I am not making fun of By the way I am just saying He is a poor man Yet he want to help you He is standing Look Today is Saturday night He is a young guy He can go out With his friends And they have party And they drink And they dance I mean why he is here This is Saturday This is his holiday The guy he work all week Non-stop His brother They drive We have our brother Here at Dennis He work hard And he drive all the way To pick me up And he bring me down All of them They are wonderful people And all is for free Amen All is for free For the sake of the Lord Because they love you all They love you as a Muslim They love you as a Christian And you know They got nothing out of this Except Nothing Not only this We got We got people They curse us Just today A Muslim He was cursing me He says may Allah kill you Like Nabil Quresh This is the only thing This is what They curse us They hate us But the Lord He told us That this is a blessing for us Amen In his name We are blessed Your curse is a blessing for us Will not hurt us And you might be able To take the body Of a human being But you cannot take his soul His soul It belongs to the creator To him And for him We are created And by him We are protected You have no power over us Satan And this is what happened To your prophet He claimed that He is protected by Allah And then we found That he died By poison Jesus From the beginning From the story of Noah If you go to the book of Genesis You will see the story Reporting that The children of Adam And names Reporting that The Messiah will come down And he will sacrifice himself Amen So everything Is in his hand And there is nobody Who can save you From what is coming Except the Messiah At the same time The Christians They have a duty To be loving Giving Useful creatures Not harmful We will not go And suicide ourselves In a bus full of Muslims No If I see a Muslim He is injured I will jump to help him If I see a Muslim He is drowning I will jump in the river And get him If I see a Muslim He is hungry I will feed him This is what Jesus said He said He said I was hungry What he said I was in jail And you visited me I was hungry And you feeded me So Jesus said You do that to all those people You are doing it to me Yes All people Not only for the Christians This is why you see The only people in the world Who donate And they don't ask They are donating to who Is the Christians All Muslims They donate for Muslims Muslims I remember a story Of women from Bosnia I met her in America And when she said her name Right away She is a Muslim You know And her son His name is a Muslim She has a bunch of kids And all of them They have Muslim names So I thought she is a Muslim And then You know She started talking about Going to the church I said So you are a Christian? She said yes How you became a Christian? She said In Bosnia During the war The Saudi The Muslims They opened a charity To help the hungry She went there Stand in the line There is hundreds of women With their children To give them some rice To survive When her turn arrived They told her You are not wearing hijab Go We don't give food To a woman She is not wearing hijab The poor woman She has five kids They are crying around her It's a war Now you remember the hijab? Give me food They let her go She went She borrowed a hijab She lined up And they told her Wait until this guy Because you know She will remember her face They told her Wait until this guy He leave So a new guy will come And he will not remember you She waited for a couple of hours Her children are Really hungry Dying for all And nobody will give Because people It's war So she went She borrowed a woman hijab She didn't have one She stand up in the line again And she have her kids with her Because they will give you More depending on how many you have With your kids When it is her turn The guy he asked her child The youngest Do your mom pray to Allah? He said no He told her Get out Get out She said after that My kids are crying We can't even stand We drug ourselves And we went to a Christian charity In the second town And then we went there And we asked them for help They did not ask me If I'm a Muslim They did not ask me Why my name is Fatima Or whatever They did not ask Why my son his name is Muhammad They took me They gave me blankets They brought a doctor To check my kids They gave us food They gave us a bed They check on us every morning They check if we are okay And I left the charity place Of the Christians And nobody asked me What is my religion? Yeah That is Jesus Amen Jesus loves all And we love the Muslims And we will not hate you Even if you curse us Don't try We will not fail Into the trap of Satan And we will not curse you We will not say Oh we hate you You are our enemy You are the one Who is killing our brothers The Lord The Lord He made of us Different creatures We are new And this is why We Christians If you are a Christian He will say to you I am born again Yes This is what born again means We are without him Evil We kill We steal We lie But with Jesus You cannot be any of those Amen Yes Great brother And look like Mohammed Is not able to call us What is with Mohammed What is with Mohammed What is with Mohammed Where is he then? How long does he need to install Skype 3 hours? 3 hours? It is ok Maybe he cannot He will try to call you Maybe some other time It is alright Hmm Yeah Any other question before we go? It is getting late here Yeah Gibt es noch jemand Der eine Frage hat? We have 4 wives Waiting for us We have 4 wives Ok I think It is a fake This guy Is a fake I think Is it Is Mehmet Maybe Ok Fake fake for himself He cannot lie He lie to himself Not to us Yeah Yeah You can block him If he is a fake one Yeah Yeah Look what Assas is saying Where is the first country Where the manuscript exists Look how stupid he is What about you ask your God Allah Where is the first manuscript you idiot Isn't Allah who is saying the gospel? I want I want Allah to show us the gospel The true gospel However Abdul In your Islamic reference it says That the first people who reached And they received the gospel It was the city of Intiak And you will see that in my coming book And this is from your Islamic books And the one who preached the gospel His name is Paul Yeah Even Allah said in the Quran He spoke about three messengers They are the messengers of Jesus Who were sent How can Jesus send Paul And so when he is not God For his God And not only that Muhammad he said Muhammad he said Between me and between Jesus And between Isa There is no messengers And then yet he says There are three messengers sent by Isa Look how stupid he is So Even the Quran There is evidence that Paul Petrus and Johannes The disciples of the Messiah What is this chapter? About the You know I am getting old I forgot I think the Muslims They are doing black magic for me Maybe I don't know Maybe the hummus we ate For a lot of them Yeah But anyway If we want to talk about it It is going to take really long time Yeah So let us maybe talk about it In another time In another time Yeah I think we have enough for today And I hope people They learn something good And you know Those who have questions They can always ask us Don't forget please If you like this channel To subscribe And add your name Okay guys We now stop the live stream And wish you all a good night And God bless you all And your families I wish The English speaking Guys Or Muslims Who wanna Who listen to us I hope you will give your life And your heart To Jesus Christ Who Will turn it To a new creation You will be a new creation When you are in Jesus Jesus Will Change your heart To change your heart You don't You don't Do from your own To change your heart You need Jesus To turn it To change it You know That's why you change my heart The heart of my brother And the heart of Brother Christian Prince And we are a new creation A new born creation And we are born again Christian And And I want to tell you This is the best decision That you ever make When you are giving your life to Jesus This is why We are here To call you to Jesus And Tell you the truth about the gospel And tell you the truth about Islam This is why We are here Because Islam is the biggest Deceiving Religion that I have ever seen In my life And We are here to Protect our brothers and sisters To Or We give them a weapon In his hand To be And the weapon here Is words Is not Is not a weapon Of killing Yes The Messiah is The way to defend yourself Yes It's It's time to wake up Then Because Time is short And And Maybe tomorrow You don't live And you go to eternity And then And then eternity Is either eternity of hell Or eternity of hell Either way is going to be eternity Choose one Be wise And choose the The life And Jesus is the life He says in John 14 6 I am the way The truth And the life No one comes to the father But by me And This is Wonderful And we belong to Jesus And he saves our souls For Of hell Amen Okay, Leute Dankeschön, dass ihr alle zugeguckt habt Und wir bedanken uns bei allen Die jetzt noch Fast vier Stunden mit uns hier Dreieinhalb Stunden mit uns im Livestream Zusammen waren Ich hoffe natürlich, dass einige Etwas mitnehmen konnten Was lernen konnten Wie immer Empfehle ich euch die Bücher von Christian Prince Wissenschaftliche Koranwunder unter der Lupe Allahs Täuschung Sex und Allah Gebt einfach Christian Prince bei Amazon ein Und holt euch seine Bücher Wenn ihr denn diesen Weg gehen wollt Der Debatten und der Diskussion mit Muslimen Weil das sind die nützlichsten Bücher Die ihr bekommen könnt Und die besten Informationen Sind voller Referenzen Voller Quellenangaben Und das ist Also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll Ehrlich Das ist ein Muss für jeden Christen eigentlich Auch für die Muslime Holt euch die Bücher Und guckt mal, was in euren Islamischen Quellen so abgeht So, meine Lieben Der Herr Jesus Christus sagt Ich bin der Weg Die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater Als nur durch mich Und der Herr Jesus Hat hier einen Absolutheitsanspruch angestellt Und wir gehören zu Jesus Und wir haben unsere Seelen Dem Herrn Jesus Christus anvertraut Denn wir vertrauen niemals Muhammad Der von Schaitan Verse In den Mund gelegt bekommen hat We never trust Muhammad Who became Or received Satanic verses We never trust a guy Even his sexual relationship with his wife It was proven to be false He imagined himself having sex But in fact Wir vertrauen niemals einem Propheten Der sich vorgestellt hat Mit seinen Frauen zu schlafen Obwohl er das niemals tat Also Er lebt den Illusion Wer weiß, ob der Koran auch Ja Der Koran müsste auch eigentlich dann Von Luzifer sein Wenn er so ist Und Muhammad Die Verse von Satan Und Gott nicht unterscheiden konnte So ist das Okay Amir he said Asad he said That when Jesus come back He will kill all the Jews And non-believers You just admitted that Jesus is God Okay Because you just said Jesus will come And he will do what you just said he will do How Jesus can do such a thing when he is just a man How he Like Israel is a 20 million people And the Jews 20 million And they have the most powerful weapon in the world How Jesus will kill them all you idiot What Jesus will come with the With the With Makarov gun Or a Clash and Cove You tell me how he will do it Simply For he is God You just admitted that Jesus is God And he is the one who will judge you And you just mentioned What Or you remember what your prophet he said That the Messiah will come down Hakaman Muksitan Which means Absolute judge and justice So he will be the judge for the whole world And I agree And remember You yourself will stand in front of Jesus And what you will say to him I was following a child molester Who his wife is six years old You will tell him that I am following a guy Who was accused of stealing an underwear You will tell him that He made a chapter saying Any Muslim woman she can give herself to me So I can have sex with her What you will say to Jesus Think about it Jesus my friend Even in your book Is the best of the best He is now alive While your prophet is dead And your God is dead But Jesus is alive I challenge you To give us a sign The Arab The Jews The Christians Told Muhammad A hundred times Give us a sign Can you? Muhammad He could not And look what Muhammad He said Intadir Intadir Let me show this one Like we are done But I want to show this verse Before we go You just You just remind me You just remind me Of this verse My friend And I want to show you What your God He says Let us see Read with me and love I will I will I will Turn it into the German This is a chapter 7 verse number 71 And then you will see You know how Actually let me show you This one This one is easier Chapter 10 verse number 20 Let us go to the German And brother Amir Read for us This verse And let everybody laugh at Muhammad Which verse? Chapter 20 Okay Verse 20 Und sie sagen Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herab gesandt würde Sag Das Verborgene ist nur Allah's So wartet ab Ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten I'm What it says? I'm Wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn When a sign coming down from his God They're asking him Why your God don't give a sign Allah told them Wait and wait with them Are you waiting? We're still waiting Where is the sign? Ah he said I'm with you I'm with you waiting Allah is waiting himself too Muhammad is waiting Allah is waiting Everybody is waiting for the sign Where is the sign? And look He says he can do nothing This is a proof that this is a fabrication Why he did not make a sign Wait what wait? He's a fourth prophet And then look in different verse What he said The Quran confirmed that Allah He will not give any miracle Read with me carefully That's the same thought Against the Arabischen What does that mean? We go to the German Read and love Muslims This is your prophet Here we go 59 Okay Und nichts anderes Hat uns davon abgehalten Die Zeichen mit den Propheten zu senden Als dass die früheren sie für Lüge erklärten Und wir gaben den Tamud Tamud die deutlich sichtbare Kamelstute Sie aber taten an ihr Unrecht Und wir senden die Zeichen mit den Propheten Nur um Furcht einzuflößen Did Allah say he will not make miracles That's it? Because people don't believe So what do you mean Why is he saying to them in the other verse Wait for a miracle Here he is saying he will not do miracles Because people don't believe anyway You know And this is a lie The Christians believe in the miracle of Jesus The Jews they believe in the miracle of the Old Testament Where is the people who don't believe? They believe It's in false executes of a false prophet The same as Ahmad Mirza Ghulam You know the Ahmadiyya The Ahmadiyya Mirza Ghulam He claimed he is the Messiah So Christians They brought for him like 50 people in a wheelchair And they came to his door He said okay Brother Theta what do you want? You know Ahmad Mirza Ghulam He said to them what do you want? The Christians they said okay You claim to be the Messiah Here we go Those are people they are blind People cannot walk People they are sick Heal them You are the Messiah aren't you? He said I cannot do what the Messiah do Uh huh Maybe you want to say wait And I'm waiting with you Like Muhammad and Allah said So Abdul Don't even think about it You are following a false prophet Or what he had False executes This is not an executes not to give miracles All prophets of God All prophets of God Who claim that they are coming from God They have to provide a sign And if they don't At least they have to come with a prophecy Which come true So Muhammad He lie He says wait it's coming And never come And here he contradicts himself He says it's not coming So don't wait So which one we will follow? The verse saying wait it's coming Or the verse saying don't wait it's not coming You Muslims are following a false Abdul Who died by poison As he said If I am lying Allah will cut my order And then he died by poison like a rat What a shame for death What a shame for Because it's a Especially the women She said to him He asked her If you Why you did that? She said What if your God It was a test If your God is a true God And you are a true prophet Your God will save you If you are false you will die And this is what happened And Muhammad he said to her in the story That Allah will not let you do it Which means he will not let you kill me But look what happened So Allah It happened She was able to kill him And this is an additional proof That Muhammad is a false prophet I mean how many proofs Muslims do they need to Left Islam or come to Christ? Trust me they knew we are saying the truth But what you were saying You know how much was painful for you to leave Islam? It was very painful In the beginning you don't want to believe in this I mean you don't want to believe that you were worshipping the false God all your life You and your parents and your family Like we are praying for a false stupid God Yeah So it's not easy Always they try to resist It's very normal If I am a Muslim too I would do the same I would say come on you are a liar etc But we are showing you in the screen what is written in their books In my cell I was crying to Allah for forgiveness Say Yeah look because Allah forgive me May every night do Allah Please forgive me If I am there I will tell you what to do Go and kiss the black stone you are fine that's it You know By the way where we don't go Me and you and Dennis to go to visit the black stone and get forgiveness You know How you say to me you worship God you are not pagan And yet the black stone can forgive your sin Muhammad he said There is two corners of the Kaaba Whoever touched them They will erase his sin Stones erase your sin you pagan What a shame for religion By the way I have a friend here He has a kidney stone maybe you want to touch it Because obviously it's holy Alright let's finish with this because this is endless Yes okay Okay ihr Lieben dann beenden wir jetzt den Livestream Danke an alle die jetzt daran teilgenommen haben Mögen die Herzen aufgehen Mögen auch Muslime die Wahrheit erkennen Und sie Einsicht zeigen dass der Islam eine einzige Katastrophe ist ehrlich Seht ihr wenn zum Beispiel jetzt ein Experte wie Sibi jetzt an unserer Seite ist Der uns je mögliche Kleinigkeiten zeigen kann was hier los ist Ich meine einige Sachen davon kannte ich ja jetzt auch Aber am Anfang die ganzen arabischen Quellen wo ich keinen Zugriff hatte Die sind natürlich mit das heftigste überhaupt Denn wenn wir alle arabisch könnten Dann würden wir den Islam ja sofort in Nullkommanix auseinander nehmen Aber okay das ist dem Herrn Der Herr hat dem Christian Princess übergeben Diese Weisheiten und sein Wissen Und Gott sei Dank teilt er sein Wissen mit uns So Danke an alle Ich wünsche euch natürlich Gottes Segen Der Herr Jesus Christus segne jeden einzelnen Ob Muslim, Christ, Buddhist oder was auch immer Und ich wünsche mir von ganzem Herzen Und deswegen bin ich ja auch hier dass ich Dass ihr zum Herrn Jesus Christus findet So wie ich einst zum Herrn Jesus Christus gefunden habe Und die anderen Brüder natürlich auch So Gottes Segen euch allen Und bis zum nächsten Mal Bye Hört was bis zum Herrn Jesus Christus Und bis zum Herrn J describing ぉ